Musik Es ist der 17. Juni 2021, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist wie immer nicht allein im Sendegarten, sondern er hat ein paar SendegärtnerInnen dabei. Zum Beispiel die liebe Vera. Guten Abend Vera. Hallo. Und der liebe Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Der Sendegarten könnte kaum funktionieren, wenn Sebastian nicht an den Reglern säße. Guten Abend Sebastian. Guten Abend zusammen. Und wir haben einen Gast auf der Gartenbank. Das ist der Frank. Guten Abend Frank. Guten Abend allerseits. Klima. Letztes Mal hatten wir ja den Fall, dass ich relativ kurzfristig in die Welt gerufen habe, wer hat denn Lust mal auf die Gartenbank zu kommen? Und das haben sich dann mehrere Leute gemeldet, unter anderem eben auch der Frank. Also er hat quasi aktiv angeklopft und dann gesagt, ja klar, dann kommen wir auch vorbei und deswegen ist er heute da. Wie schön. Ja, zumal mein erster Besuch ja schon eine Weile zurückliegt. Ja, aber so lange noch nicht, ne? Das war glaube ich die 85. Das war glaube ich die 85. Ich glaube die 85. Ich gucke nach. Oder war es die 95? Ich habe es noch. 94. SEG 094. 30. Januar 2020. Also anderthalb. Ja, fast anderthalb Jahre. Ja. Da hat sich bestimmt eine Menge verändert. Dann erzählst du uns von den Veränderungen. Ja. Das machen wir, wenn wir gleich auf der Gartenbank sind. Ich wollte nur sagen, als ich vorhin so geguckt habe, aufs Datum, 17. Juni, da hat es bei mir irgendwie so geklingelt, so Tag der Deutschen Einheit. Hä, ist denn heute nicht Tag der Deutschen Einheit? Und dann habe ich gemerkt, ah ja, du bist wirklich alt. Du hast auch nur versucht, einen Feiertag rauszustinden. Ja, nee. Ja, das wäre natürlich schön. Das war mal einer, ne? Das wäre natürlich schön. Das war mal, aber dann hatten wir den 3. Oktober nicht frei. Der ist ja einfach nur umgezogen worden. Der 3. Oktober ist ja jetzt der Tag der Deutschen Einheit. Und ich habe dann bei Wikipedia nachgelesen, es ist total witzig. Es ist heute tatsächlich noch Tag der Deutschen Einheit, aber der Deutschen Einheit, wo man das Deutsch mit dem kleinen d schreibt. Und am 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit, wo man das Deutsch mit großem d schreibt. Also wer auf diese schmale Sprung gekommen ist. Ich habe mich gewundert, was in der Ankündigung dieser Hinweis auf das kleine d sollte. In der Tat, es steht tatsächlich von 1954 bis 1990 war der 17. Juni in der Bundesrepublik Deutschland zum Gedenken an den Volksaufstand. 1953 in der DDR gesetzlicher Feiertag mit dem Namen Tag der Deutschen Einheit mit kleinem d. Am 11. Juni 1963 wurde er durch Proklamation des Bundespräsidenten Heinrich Lübcke zum Nationalen Gedenktag des Deutschen Volks erklärt. Das Gesetz wurde zwar durch den Einigungsvertrag aufgehoben, die Proklamation hat aber ihre Gültigkeit behalten. Am 17. Juni werden bundesweit die obersten Bundesbehörden und ihre Geschäftsbereiche, sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden unterstehen, beflaggt. Haben wir heute Flaggen gesehen? Ich weiß nicht. Im Jahr der Wiedervereinigung gab es den Tag der Deutschen Einheit am 17. Juni 1990 und den Tag der Deutschen Einheit, aber mit großem d am 3. Oktober 1990. Das ist total schrecklich, also wirklich, manchmal ist unsere Verwaltung ganz köstlich. Ich habe den damals, da war ich ja Schüler dann auch, der war ja vor meiner Geburt noch dieser Tag, dieser 17. Juni, aber als ich dann zur Schule kam, in der Oberschule, und es ist um Geschichte oder so, ich habe nie verstanden, was das sollte, aber das muss was mit der Zeit auch zu tun haben, dass man den zum Tag der Deutschen Einheit erklärt hat. Es war ja eigentlich nicht die Einheit, es war der Aufstand gegen die Lohn, gegen die Normerhöhung, hatte eigentlich mit der Deutschen Einheit nur im Wunschdenken des Westens wahrscheinlich was zu tun. Ja, würde ich auch sagen, wenn sich das einfache Volk erhebt gegen die Obrigkeit und dann, also man verbindet sich vielleicht gedanklich mit dem einfachen Volk und hat dann doch das Wunschdenken. Ja, aber wenn man sich mal so vorstellt, 1953 wurde das blutig niedergeschlagen, der Aufstand der Bevölkerung, 1989 hätte es genauso ausgehen können und das ist glücklicherweise anders gekommen. Also ich sage glücklicherweise, es gibt ja auch Leute, die wünschen sich diese Zeit wieder zurück, was ich nicht verstehen kann, aber ja, sehr, sehr merkwürdig. Und dann ist mir aufgefallen, dieser Aufstand 1953 fällt genau in dein Geburtsjahr. Du hast uns in der letzten Folge nicht verraten, dass du in dem Jahr geboren bist. Meine Mutter war hochschwanger, weil ich ja Ende August geboren wurde. Ah, Ende August. Ende August, ja. Steht in der Twitter-Bio, glaube ich, sogar für euch sichtbar. Okay, ja, dann verraten wir keine Geheimnisse, das ist immer gut. Nee, nee, nee. Ich habe auch keine Einmessung-Wunschliste, insofern ist das egal. Hast du, du hast auch da schon in Berlin gewohnt, zu der Zeit? Ja, ja, ich bin ja in Berlin-Reininkendorf, ich bin ja nach Berlin-Reininkendorf hineingeboren worden, obwohl mein Geburts, die Geburtsklinik, das Paul-Gerhard-Stift im Wedding liegt. Aber ich habe die Stadt eigentlich nur 1977 für, nee, 78 für drei Monate verlassen. Ui. Ja, da war ich in Frankfurt. Das können wir nachher vielleicht mal ansetzen, nachdem wir das letzte Mal meine Jugend so durchgezogen haben. Kann ich ja mal ein bisschen was über meinen Beruf erzählen. Nee, da war ich für einen dreimonatigen Lehrgang in Frankfurt. Hast du dich richtig nach vorne gewagt? Wow, wow, wow. Okay. Ja. Nee, was mich interessieren würde, ich meine, wenn man da doch sehr in der Nähe ist von so einem Volksaufstand, ob das vielleicht irgendwie auch von den Eltern mal erzählt worden ist oder so oder bewertet worden ist. Nee, kann ich nicht sagen. Die armen Nachbarn oder das war schlimm oder irgendwie sowas, nein. Martin, es ist ja sowieso auch generell bei mir so, dass ich eigentlich meinen Vater auch, meine Eltern waren relativ alt, als sie mich bekamen. Meine Mutter war 42, mein Vater war 47, also Jahrgang sieben und elf, 19, 19, 19, 11, dass ich mit meinem Vater auch viel zu wenig über seine Erlebnisse in der üblen Zeit gesprochen habe. Und ja, ich meine, der Volksaufstand, der fand dann zwar im Geschichtsunterricht statt, aber dass man so mit den Eltern darüber gesprochen hat, nee, leider nicht, leider nicht. Das bedauere ich mittlerweile doch stark. Ja, also ist ja eigentlich ganz gut, wenn man irgendwann mal anfängt zu gucken und sich auf der Vergangenheit zu stellen und zu überlegen, was ist denn da eigentlich alles so passiert. Man hat ja eine Weile doch ziemlich sehr still gehalten und das war ja auch der Grund der 68er-Unruhen, dass die Jugend dann immer gesagt hat, also jetzt ist aber mal gut mit diesem, wie nennt man das, Mantel des Schweigens, der da überall alles gezogen wird. Und jetzt wollen wir aber mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder mal frische Luft unter die Talare bringen, wie es immer so schön ist. Also was ich noch habe, ich habe noch ein Lappen, ein etwas lädiertes DIN-A4-Blatt von der französischen Militärmission. Das ist die Entnazifizierungsurkunde meines Vaters. Ach. Die habe ich noch. Wow. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil da draufsteht, dass er unbelastet ist. Offiziell kein Nazi. Ja. Ja, das freut einen. Ja. Das ist wirklich. Also, ja, ich habe gerade schon weiter gedacht nach dem Motto, oh, hoffentlich kommt das nicht irgendwann mal anders und nach dem Motto, du bist hier ein bisschenermaßen kein Nazi, du gehörst nicht zu uns, du wirst das Land verlassen müssen oder so. Das haben ja andere Leute tatsächlich erleben müssen. Aber da sei doch die Vernunft davor, obwohl ich keine große Hoffnung habe, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, wir bleiben optimistisch. Ich habe zum Thema Geschichte nachher noch einen Setzlink mitgebracht. Oh, schön. Genau. Also, du sagst genau richtig nachher, also auf die Gartenbahn kommen wir gleich, wenn wir nämlich vorher ganz kurz geguckt haben, was bei der neuen Ernte reingereicht worden ist. Kommen wir mal dahin zur neuen Ernte. Ja, letztes Mal war der Philipp da. Afaldra hat uns von seinem Fantasy-Geschichten-Podcast erzählt, Ausgabe 124. Unter anderem haben wir aber auch da vorgestellt, spontane Setzlinge. Und da ist uns ein Datenschutz-Podcast untergekommen, der hat die Episoden dauern so von zehn Minuten. Und wir haben anscheinend wohl irgendwie, das weiß jetzt keiner mehr so ganz genau, über diese Kürze ein bisschen gewitzelt. Sebastian, hast du Lust, diesen Toibi-Kommentar mal vorzulesen? Ja, einen Moment, muss ich nur gerade noch aufmachen. Ja. Genau, der Kommentar von Toibi. Keine große Kritik, aber ich habe mich mal wieder über eure Reaktion über den Zehn-Minuten-Setzling amüsiert. Als Anbieter eines eigenen Zehn-Minuten-Podcasts kann ich euch sagen, dass in einem Zehn-Minuten-Podcast oft mehr Zeit und Arbeit fließt, als in ein Zwei-Stünder zum gleichen Thema. Sich mit etwas so tief auseinanderzusetzen, dass man es gut genug versteht, um es angemessen herunterzubrechen und das dann auch zu tun, ist aufwendig. Ich kann über den Setzling natürlich nichts sagen, aber bei mir braucht ein Zehn-Minuten-Mit-Gästin durchaus einen ganzen Tag Arbeit. Ich verstehe das als Serviceleistung für Zuhörende. Ich mache mir die Arbeit, das Wichtigste rauszugreifen, damit es die Hörenden nicht machen müssen. Und bei Interesse können diese ja in ein längeres Angebot reinhören. Der Resonator-Podcast hat das zum Beispiel auch mal den Podcast gemacht, kurze Episoden als Teaser, lange zum Reinhören. Fand ich super, obwohl die das meines Wissens nach mittlerweile aufgegeben haben. Und ganz ehrlich, ich als Konsument würde mir mehr kurze, knackige Podcasts in dieser Art wünschen. Ich habe halt auch nur begrenzte Zeit, aber den Sendegarten höre ich natürlich trotzdem. Und hoffentlich bis zu Ende. Also ich habe das schon verstanden, dass er sagt, bitte würde ich auch die kurzen Angebote, da steckt manchmal auch mehr Arbeit drin, als es den Anschein hat. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also wenn das irgendwie falsch rübergekommen ist, dass wir das nicht wertschätzen, dass das auf gar keinen Fall, wir hatten da ja auch nicht reingehört und können gar nichts über die Qualität genauso wenig sagen in dem Fall. Und es ist halt meine eigene Hörgewohnheit, dass ich eigentlich eher längere Sachen bevorzuge und mir dann selber sozusagen ein Gesamtbild bilden kann. Aber das ist ein persönliches Ding. Also das heißt auch nicht, dass ich jetzt gar keine kurzen Sachen höre, aber für gewöhnlich sind es halt längere. Und das mehr war da jetzt eigentlich gar nicht, was ich eigentlich, also von meiner Seite aus jetzt zu diesen zehn Minuten, wenn das falsch rübergekommen ist, tut mir das irgendwie leid. Also ich habe das nicht anders verstanden. Mir fiel jetzt dazu dieses Zitat ein. Ich hatte es recherchiert, jetzt wieder vergessen, wie man das nachsagt. Ja, entschuldigen Sie, dass der Brief so lang geworden ist. Hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre er kürzer gewesen. Das stellt die Sache eigentlich ganz gut dar, denn wenn man sich vorbereitet und auf die Botschaft fokussieren, dann braucht man halt viel Vorbereitung. Dann geht das nicht so einfach. Wir labern ja einfach drauf los, wie das der Herr Schasen so schön sagte von der Podcast-Pastete. Wir sind ein elaboriertes Laber-Format. Also das ist ja ein Ritter-Schlag. Sehr schön. Ja, genau. Großartig. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, also lieber Toibi, das wollen wir auf keinen Fall irgendwie. Kurze Podcasts werden hier nicht klein geredet. Damit das mal klar ist. Ich habe gerade noch eine Zuschrift bekommen von einem Live-Hörenden von dem Max Snyder. Warum seid ihr gewechselt? Und er meint doch sicherlich unseren Web-Chat oder über IRC-Chat. Wir haben das gerade vor 15 Minuten gemacht und das liegt daran, dass... Warte mal, doch... Freenote. Nee, Freenote. Ach, Sebastian, erzähl du das doch, bevor ich mich hier auf den Fragen rede. Ja, also Freenote war eben kaputt und ist ja sowieso, dadurch, dass der Anbieter gewechselt hat, in, kann man es so sagen, in Verruf geraten. Ja, irgendwie schon... Ja, in Ungnade gefallen. Ja, die haben sich doch selber in Ungnade gebracht. Ja, da sind auch selber schuld. Ne, selber schuld. Ja, selber schuld. In den letzten Wochen sind da auch einige Accounts, wo wir gesperrt wurden. Ich kriege das auch immer nur so von der Seitenlinie mit. Ich habe da kein vollständiges Bild. Zumindest ist das alte Admin-Team, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zu diesem Libera-Chat gewechselt oder hat den neu aufgemacht und ist sich da komplett rausgezogen aus dem alten Anbieter. Und ja, den nutzen wir jetzt an dieser Stelle auch. Was halt, weil eben sowieso die andere Freenote-Geschichte kaputt war. Ob wir jetzt bei Libera sind, da habe ich ja noch Zweifel dran. Achso, haben wir jetzt in der Aufregung. Ja, das kam eben im Chat schon, dass wir vielleicht den falschen... Ja, ja, wir sind bei Libra, nicht Libera. Ah, okay. Oh no! Oh no! Oh yes! Wir haben ein I verloren. Ach, tatsächlich, das steht ja hier dick und groß auf dem Bildschirm. Ich habe das nicht gesehen. Okay. Ja, ist wahrscheinlich geschmolzen. Ist das schädlich? Heißt das, wenn man den Kanal bei dem einen hat, dann darf man den bei dem anderen nicht haben? Bedeutet das jetzt umfangreiches Löschen oder so? Nee, eigentlich nicht. Die sind ja unabhängig, die Server normalerweise, wenn es nicht vom gleichen Anbieter ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Anscheinend gibt es da Namensähnlichkeiten. Na, wenn wir jetzt bei Libra ERC sind oder der Sendegarten da ist, dann kann er doch da bleiben. Es sei denn, das ist ein ganz übler Laden. Ja, genau. Jetzt wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Bei welchen Seelenverkäufern wir jetzt gelandet sind. Aber kollektiv. Echt? Vier Leute, fünf Leute gucken auf dem Bildschirm und keiner sieht, dass dann hier fehlt. Das war ja schon im Twitter-Chat drin. Und dann habe ich eben mitgespielt. Ja, natürlich. Du bist entschuldigt. Wir haben das verkackt. Super. Ja gut. Herzlich willkommen in dem falschen Kanal. Aber immerhin. Ihr seid ja alle da. Ich weiß nicht warum, aber... Das ist ein schöner Podcast-Name. Der falsche Kanal. Also Handi, der sich der Mensch, den schon länger gibt, der dann Libera genannt. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Der falsche Kanal. Wischend der Freiheit. Das klingt ja gut. Ja, gut. Genau, wir wechseln wahrscheinlich noch. Wir haben ein TÜV-Siegel bekommen vom Gartenhasen. Naja, wenigstens funktioniert das jetzt. Wenigstens für heute Abend. Das Ziel war ja, das Ziel war um Viertel vor acht, wir machen uns einen temporären Kanal, der wenigstens heute funktioniert. Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Das muss ja nicht für die nächsten, was weiß ich wie lange dieser Sende gerade noch existiert, erhalten. Wir werden dann mal gucken. Ja, ich meine, die Kommunikation mit Libera-Chat ist ja freundlich. Da mit Fuchs und Hase und mit der Kombo da, die ich mal für ABBA halte, weil die sie ja nicht sind. Okay, super, haben wir das auch. Seid ihr alle da? Ja, okay, der Chat macht sich gerade selbstständig, aber es heißt ja, dass alle da hingefunden haben. Ich bin ganz begeistert. Also gut, wenn Libra, IAC wirklich keine Seelenverkäufer sind. Ach, da müssen wir, glaube ich, mal drauf ansetzen. Die kennt sich damit aus. Die hat ja uns ja eben dieses Libera-Chat empfohlen. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass wir ausgerechnet den Hinweis von Claudia so sträflich ignoriert haben. Hast du was gesagt? War keine Absicht. War keine Absicht. Entschuldigung. Super. Na gut, jetzt haben wir doch eine Menge neuer Ernte hier, von der wir gar nicht geahnt haben, dass es das gibt. Super klasse. Und jetzt kommen wir dann auf die Gartenbank. Und da begrüßen wir nochmal den Frank, den wir schon in der, was habe ich denn gerade gesagt, 94. Ausgabe zu Gast hatten. Aber wir machen heute sozusagen die zweite Hälfte seines Lebenslaufs, wie du gerade schon angekündigt hast. Ja, wie du wurdest, was du bist, Teil 2. Herzlich willkommen, Frank. Ja, nochmal allerseits Grüße. Ja, vielleicht ganz kurz für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, die die 94 noch nicht gehört haben. Wer, was, wie bist du im Podcast-Land unterwegs? Mach mal eine kurze Zusammenfassung für uns, bitte. Ich mache zusammen mit Paula den Hör-doch-mal-zu-Podcast. Das ist ein 14-tägiger elaborierter Lava-Podcast, um das aufzunehmen von vorhin. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir machen uns über 14 Tage so ein paar Stichpunkte, was uns auffällt in unserem Alltag und in der politischen Umgebung oder auch so einfach in der örtlichen Umgebung hier in Berlin. Wir sind beide in Berlin. Ich sitze in Lichterfelde, er in Köpenick. Und dann rühren wir das am Sonntagabend thematisch zusammen. Das heißt, wir missten aus, worüber wir nicht reden wollen. Wir haben jetzt eine neue Kategorie, nämlich Themen, die fehlen. Das ist ein bisschen geklaut bei Lauer und Wehner. Die haben nämlich einen Punkt, Themen, über die sie nicht reden wollen. Das ist meistens ein ziemlich langer Block. Wir sortieren dann ein bisschen aus und dann nehmen wir am Montagabend ab 20.30 Uhr auf und streamen das Zeug auch live. Und das sind politische Themen. Also wir hatten Sachsen-Anhalt-Wahl. So was ist natürlich, darüber redet man. Ich habe aus eigenem Antrieb relativ stark verfolgt, die Sache Franco A. Nordkreuz und so was. Als Tazleser hat man da auch gute Informationen. Ja und ansonsten labern wir halt. Wir klären die Befindlichkeiten. Das kann auch ausufern. Und wir haben seit Oktober letzten Jahres, habe ich mir da einen Freiraum geschaffen, weil ich der Meinung bin, bei Hör doch mal zu, kann man alles unterbringen. Das ist ein Titel, da geht alles. Und da habe ich angefangen, sogenannte Sonderausgaben oder Solonummern zu machen und mich mit Leuten über sie und ihre berufliche Umgebung und ihr Arbeitsgerät zu unterhalten. Das hat angefangen mit einem Lkw-Fahrer, der einen großen 40-Tonner durch Europa fährt. Dann habe ich im Januar eine Folge aufgenommen mit einem derzeit unbeschäftigten A380-Piloten und das war sehr interessant. Ja und eine andere Folge ist fertig und wird am 29. Juni veröffentlicht. Der Lkw-Fahrer, war das der Offliner? Kann ich mich da richtig erinnern? Ja, das war der Offliner. Alles klar, dann habe ich das doch gehört. Ich wollte gerade sagen, diese Art von Folgen kenne ich gar nicht, aber doch, 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 kenne ich ja wohl. Ja, der kann auch schön erzählen. Das mit den Piloten, das hat auch Spaß gemacht. Das machen wir, das schieben wir so ein. Das hat überhaupt keinen Rhythmus, sondern wenn ich irgendjemanden habe und mich der Mensch interessiert, also das kann auch der Müllmann sein, der mittwochs immer hier unseren Müll abholt, dass ich mir den mal greife. Und wenn ich was habe, dann wird das eben zwischen zwei normalen Folgen veröffentlicht. Das ist so das bisher meine Tätigkeit im Podcastland. Im Sendegate bin ich ein bisschen aktiver. Was Technik angeht, da halte ich mich so aus Formaten und Templates, Diskussionen und sowas raus. Aber wenn ich technisch helfen kann, wer die andere Episode gehört hat, der weiß ja, dass ich seit meiner Jugend mich mit Audio beschäftige. Und wenn ich da Erfahrungen einbringen kann, gerne. Ja, da hat es uns ja so schöne Originalaufnahmen auch mitgebracht. Ja, da fragte dann ein Frühfreund von mir, der da auch dabei war in diesem Jugendclub, der fragte, hast du nicht noch mehr aus damaliger Zeit? Ich habe aber leider wirklich nicht mehr. Und du hattest auch gefragt, ob es da Mitschnitte gibt. Es gibt keine. Es gab nur diese kleinen Spots. Wir haben das nicht mitgeschnitten. Auch mangels Aufnahmekapazität. Ja, ja. Wer hätte schon Mengen von Bandmaterial gehabt? Wir hatten drei olle Bandmaschinen, hatten wir da und einen Plattenspieler. Und da konnten wir nicht noch erinnern, die zum Mitschnitt. Ist schade, ja, klar. Bei deinem ersten Besuch im Januar 2020 gab es noch kein Corona? Nee. Ist das eine? Also ich meine, es gab schon Corona, aber bei uns noch kein Thema. Wir konnten uns das damals noch nicht leisten. Genau, das war so ein Problem irgendeines chinesischen Bude und eines Heizungsherstellers, Autoheizungsherstellers in München oder so. Aber hier für uns war das noch nicht relativ relevant. Das hat sich ja dann geändert. Aber es gab auch noch was anderes nicht, nämlich einen Großflughafen BER. Da warst du nämlich noch, da hast du uns erzählt, dass du zum Testen gehst, dass du Probe... Ja, da gibt es auch beim Hör-doch-mal-zu-Podcast gibt es auch eine Folge, die heißt irgendwie, oh, was mit BER und Duty Free oder so. Ich bin schlecht vorbereitet an der Stelle auf diese Frage. Nee, ich habe an diesem Test teilgenommen und ich hatte auch die Gelegenheit, Audioaufnahmen während dieser Aktion zu machen. Und ich habe in einer Hör-doch-mal-zu-Folge danach auch davon berichtet und diese O-Töne auch verwendet. Die Webseite vom Hör-doch-mal-zu ist schlecht, weil man kann nicht suchen. Ich kann aber den Link gerne mal nachreichen. Ja, super. Aber du hast es tatsächlich gemacht. Du hattest es nämlich da angekündigt, dass du als Test... Ja, ich habe es gemacht. Also ich habe den Testflug gemacht. Ja, und dann rekordern. Ich hatte einen Flug, ich hatte einen Flug nach Genf. Mhm. Ja. Zu Putin und behalten. Ja. Die waren ja gestern, vorgestern da, genau. Was ich noch davon erzählen kann, ist, was mir aufgefallen war, was mich extrem gestört hat, war, die Sicherheitsschleuse. Also da, wo du gefilzt wirst, ob du Semtex in der Unterhose hast. Dieser Bereich, der war extrem eng. Extrem eng. Und es gab extrem wenig Platz und auch so Freiraum, um dann den Gürtel wieder anzulegen, die Schuhe womöglich wieder anzuziehen. Weißt du, dieses ganze Zeug, was du ausgeräumt hast, ne? Ja. 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 Um das wieder an dich zu nehmen, dein Hacklebarsch oder your personal belongings, wie der Ami sagt. Um das wieder an den Körper zu kriegen. Das ist mir unangenehm aufgefallen. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass der Weg zum Gate nur am Anfang ordentlich ausgeschildert war. Und dass es auch auf dem Weg keinen, kein Transportband in der Mitte gab für Leute, die stehend sich transportieren lassen wollten. Das war so ganz auf die Seite, du musstest dann um so eine Ecke und da war dann dieses Rollband. Also das fand ich etwas merkwürdig. Aber ansonsten habe ich gedacht, das hat Spaß gemacht. Da wurde es dann halt am Gate in den Bus verfrachtet. Der fuhr dann eine große Runde über das Vorfeld. Und dann kam es da halt an. Und ich kam aber aus Birmingham an. Ah ja, okay. Ja. Eine Legende. Ja, da hakte es dann noch. Da hatten ein paar Bundespolizisten ihren Dienst nicht angetreten. Da mussten wir dann noch eine Weile warten, weil es sollte ja alles richtig ordentlich abgehen. Ja. Ja, es hat Spaß gemacht, ja. Schön, schön. Hast du deine normalen Papiere benutzt? Also Personalausweis, Reisepass vorgelegt? Oder hast du da auch so eine Fake-Identität? Du kriegst eine Fake-Identität. Ach, guck mal. Aber warte mal, wie war denn das? Ich hatte aber keinen Personalausweis auf diesen Namen. Nee, hatte ich nicht. Also durch die Security bin ich nur mit diesem Zettel, mit dieser Fake-Identität irgendwie durchgekommen. Oder? Frag mich, ist so lange her, ey. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, was ich gestern gemacht habe. Von daher wundert mich das nicht. Ich meine, wir haben vorhin über meinen Geburtstag gesprochen. Das dürftest erklären. Ich bin... Mit Alter kann man jetzt nicht alles erklären. Nicht alles, aber ich versuch's mal gelegentlich. Ach, das heißt, das ist die HDMZ 115, Gelee-Bananen im Duty-Free. Okay, da kommt man jetzt vom Titel her nicht so direkt auf BR-Bananen. Ja. Aber wir haben ja auch... Also 115 115 115. Schön. Da bin ich neugierig. Ich tippe mal nebenbei ein bisschen und versuch mal für denjenigen, der hier die Shownotes schreibt. Ich weiß nicht, wer von euch ist denn das? Also das mit den Gelee-Bananen ist schon drin. Lars! Also bist du furcht? Ich meine, Paula ist schon immer schnell. Nein. Es geht auch. Lars nimmt sie raus. Sascha schreibt sie dann wieder rein. Nein. Ey. Ich akzeptiere die Schnelligkeit des Kollegen Lars. Ja, aber das bleibt dir nicht übrig. Nee, nee. Man kann das nur genießen einfach als Mensch daneben. Also bloß nicht versuchen, in Konkurrenz zu treten. Also was macht der Sascha vielleicht können? Ich kann das nicht. Ich genieße das einfach. Zum Titel natürlich. Der Titel sagt nicht viel. Wir haben da über Gelee-Bananen gequatscht. Und über den Duty-Free am BR. Ja, und ich finde ja, ich habe die Erfahrung gemacht, je absurder der Titel ist, desto interessanter scheint er dem Hörer zu sein. Wenn ich die Statistiken mir angucke, die mit den absurden Titeln haben die höheren Downloadzahlen. Okay. Ja. Das liegt am Titel. Also, ich meine, ich mache ja die Titel für den Sendegarten hier. Und da, früher, also ganz am Anfang habe ich mal versucht, auf Teufel komm raus, irgendeinen floralen Bezug da reinzukriegen. Dann habe ich geguckt, ob es irgendwie eine Blume gibt, die so ähnlich heißt. Hier mit den Anwälten, wie war das denn noch, da habe ich irgendwie, ach, also, ja, da habe ich irgendwie so Wortspiele, Wortspiele, Wortspiele. Und das ist eigentlich, versuche ich nach wie vor, aber ab und zu klappt das auch gar nicht. Und dann nehme ich halt irgendwas und das ist einfach total aus dem Bauch heraus. Also, man kann unsere Ausgaben sehr gut über die Nummern wiederfinden, aber nicht über die Titel. Ich muss doch eben dabei sagen, dass Sascha zwei Minuten schneller war. Er hat die URL längst gepostet gehabt. Stimmt. 20, 40, 34 und du warst 20, 42, 07. Ja, in der Tat. Ja. Also, man muss doch mal eben hier die Credits dem geben, den sie verdient. Ja. Also, ich nehme dir die jetzt wieder weg, Lars. Ja, ich werfe sie hier in den Raum. Ich schmeiße sie auf Sascha rüber. Lars ist aber ein guter zweiter Gewinner, finde ich. Ja, Lars, den braucht man auch. Auf jeden Fall. Gut, also, das lohnt sich auf jeden Fall in die... Oh, dann stelle ich die Taschentücher wieder weg. Weil dieser BER-Test da, diese Simulation, die war ja dann im Juni und was da auffällig war, dass das gesamte Vorfeld vollgestellt war mit abgestellten Maschinen. Da standen die ganze Easy-Jet-Flotte stand da mit zugeklebten Turbinen. Das war alles tot zu dem Zeitpunkt. Ja. Sebastian hatte ja mal vor einiger Zeit einen YouTube-Kanal als Blütenschatz, Gerrits Tagebuch vom Miniatur Wunderland. Und da habe ich die Tage mal reingeguckt. Da macht nämlich der Gerrit einen Rundgang durch das leere Miniatur Wunderland, weil da eben aus pandemischen Gründen kein Betrieb ist. Und sie machen aber quasi jeden Montag einmal die gesamte Anlage an, damit halt überhaupt die Fahrzeuge und so weiter, die Motoren und alles sich mal wieder bewegt, um zu gucken. Und bei dem Rundgang kam er auch am Flughafen vorbei und dann macht er so eine Folie hoch und darunter standen ganz viele Flugzeuge und sagte, wir haben das gleiche Problem wie jeder Flughafen, wir wissen nicht, wohin mit unseren Maschinen, weil wir eben nicht in Betrieb sind. Ja, das ist genau das, was du beschreibst. Alles steht auf dem Boden rum und das ist wohl, habe ich mal in einer anderen Dokumentation gesehen, für die Flugzeuge ist das Gift. Die sind tatsächlich darauf getrimmt zu laufen. Ja, die werden auch in regelmäßigen Abständen voll in Betrieb genommen. Ja, um Feuchtigkeit rauszukriegen aus den Anlagen. Also das ist ganz übel, wenn die so lange rumstehen. Und der A380-Pilot, Steffen A380 auf Twitter, der twitterte neulich auch, die Lufthansa ist im Moment dabei, ihre überflüssigen A380 auf einen Parkflughafen in Spanien zu bringen. Tuela oder wie der heißt, ist mir jetzt nicht präsent in der Namen genau, ich glaube Tuela. Und wenn man sich das anguckt auf Google Street View, also Luftbild, dann Satellite View, dann sieht man auch, wie die da geparkt sind. Also da sind eine Unmenge Flugzeuge geparkt, dann ist das Wetter halt so schön warm, da rostet da nichts. Ja, genau, das versucht man wahrscheinlich, die klimatischen Bedingungen zu nutzen. Möglichst im Inland, nicht so nah an der Küste irgendwo. Küste ist immer schlecht wegen des Salzwassers. Ja, aber das war auch das erste Mal, dass ich dann mit dieser neuen S-Bahn, mit dieser verlängerten S-Bahn da reingefahren bin in diesen Tiefbahnhof. Ja, war schon ganz imposant. Also ich finde, also was mir noch aufgefallen ist, ich finde ihn etwas düster im Inneren. Und das liegt daran, dass sie die Gänge mit Nussbaum getäfelt haben. Das ist nicht besonders hell. Nee. Und ich fand die Hinweisschilder streckenweise auch ein bisschen klein in der Schrift. Aber das ist wahrscheinlich auch subjektiv. Aber ansonsten, ja, er scheint ja zu funktionieren. Ist er jetzt in Vollbetrieb? Ist er jetzt in Vollbetrieb? Ja, ja, also die haben den alten Schönefeld, Terminal 5 ist das ja, haben sie komplett dicht gemacht. Weil in pandemischen Zeiten reicht der Neubau. Aber wenn das pandemische mal weg ist, nicht mehr? Dann ist er vermutlich, wenn es zu den vorpandemischen Flugbewegungen kommen sollte, dann wird er ein bisschen eng. Der ist halt geplant und während der Bauphase hat sich der Flugbetrieb halt erweitert. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jemals wieder zu vorpandemischen Flugbewegungen zurückkommen. Ich glaube nicht. Also mindestens innereuropäische Flüge vielleicht noch ein bisschen. Aber innerdeutsch brauchst du es eigentlich nicht mehr. Ja, gebrauchen haben wir es noch nie. Aber es gibt halt genug Managerinnen und Manager, die müssen dann einfach morgens von Düsseldorf nach Frankfurt und abends wieder zurück. Oder von Berlin nach Leipzig oder sowas. Wo man auch sagt, ja, rauf und runter ist ja länger als die Reiseflug. Ja, natürlich. Also man fährt aus der Innenstadt vom Bahnhof Zoo, wenn wir mal Zentrum-West nehmen, was mir als Westberliner natürlich nahe liegt. Wenn man aus dem Zentrum-West dorthin fährt, fährt man gut eine Dreiviertelstunde. Ja, eher fast eine Stunde. Boah. Ja, und wenn du jetzt natürlich aus Gegenden kommst, wie irgendwie Marzahn-Hellersdorf, dann musst du erst mal in Richtung Stadt. Dort musst du dann in die S-Bahn zum Flughafen wechseln. Da kannst du schon mal, ja, ich kann mir vorstellen, es gibt Bereiche, die brauchen anderthalb Stunden. Und dann musst du ja auch wahrscheinlich, ja, ich glaube, jetzt muss man zwei Stunden vor Abflug da sein, weil man ja eben, wie gesagt, noch durchwühlt wird. Diese berühmte Security. Ja, ich meine, da bist du eigentlich an jedem Bahnhof hier in Berlin schneller. Ja, wahrscheinlich. Allein schon dieses sich durchleuchten lassen. Also das ist so, ich finde das so unangenehm, da vor irgendwelchen Beamtinnen und Beamten da quasi bis zum Gürtel aus der Hose ziehen und so weiter. Ja, ich hoffe ja immer, dass da wirklich mal dann runterrutscht und ich in Unterhose. Also das, also wenn ich weiter so zunehme, kriege ich das auch irgendwann mal hin. Also ich finde das, ich finde es wirklich auch absurd. Ja, ich meine, es gibt ja einen guten Grund dafür. Es gab ja doch genügend Attentate mit an Bord geschleusten Bomben und so weiter. Also es fällt ja nicht vom Himmel dieser Sicherheitsgedanke. Aber es ist einfach unangenehm. Und dass ich jetzt wirklich jeden, jede Zahnpasta da irgendwie für Plastiksprengstoff halten, ist vielleicht auch eine gewisse Paranoia, die sich ein bisschen verselbstständigt hat. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen wieder runterschrauben. Aber ich möchte auch nicht in einem Flugzeug sitzen, wo ich das Gefühl habe, mein Nachbar hat da irgendwie eine Granate im Schuh. Also das ist auch blöd. Aber Martin, weil du sagst, das wird nicht zurückgenommen. Da siehst du halt, dass alles, was der Verschärfung unterliegt, das wird nicht zurückgenommen. Ja. Ob es Gesetze sind oder solche Regelungen. Das wird nicht wieder zurückgenommen worden. Evaluiert und dann sagt man, ach ne, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne, das bleibt so. Ich überlege gerade, ist irgendwas an Einschränkungen mal gewesen und wieder zurückgenommen worden? Na gut, jetzt vielleicht hier die Corona-Geschichten, wo man dann sagt, ja, du musst Maske tragen. Dass man dann sagt, ne, man empfiehlt nur noch, du musst Maske tragen, muss das aber jetzt nicht mehr tun. Aber das ist ja, sagen wir mal, eine Sondersituation. Also das ist ja hoffentlich auch zeitlich begrenzt. Gut, aber sonst, also wir werden nicht gerade mutiger, sagen wir es mal so, wir Menschen so. Das ist richtig. Mutiger ist an der Stelle ein guter Begriff. Wir scheuen immer mehr Risiken. Ja. Wir kommen immer mehr in eine Situation, das fällt mir auch auf. Ich war 85 in den USA und da hat es mich schon gestört, wie ich rumkommandiert wurde. Dass ich links aus dem Fahrzeug aussteigen soll. Im Disneyland ist mir das ganz extrem aufgefallen. Man steigt links aus, ja rechts geht, die Tür geht ja ja nicht auf, also muss ich links raus und watch your personal belongings, lass nichts zurück. Ja, dann gehst du raus, dann hast du primary photo taking location, da hast du gefährlich, sich hinzustellen und dein Foto zu machen. Und diese Gängelung, die nimmt auch hier zu. Habe ich den Eindruck? Ja, das folgt ja dann der üblichen Logik, alles was in Amerika mal irgendwann das Licht der Welt erblickt, kommt dann so 5 oder 10 Jahre oder vielleicht auch 15 Jahre später dann doch hier an. Ja gut, bei den Jeans finde ich das ja auch ganz okay. So, jetzt ist mein Verschluss von der Säderflasche. Ich würde gerne mal die Meinung der anderen so hören, was die denn glauben, was den Flugverkehr nach Corona angeht. Ob das wieder die Normalmaß annimmt oder nicht. Du sagst, Frank, du glaubst, dass es nicht mehr so viel... Ich glaube, es wird nicht auf dieses hohe Niveau zurück. Ja, ich bin genau gegenteilig. Ich denke, es wird alles wieder in das übliche zurückfallen. Aber mal gucken, was Vera dazu sagt. Wie schlägst du das ein? Also ich glaube auch eher, dass es wieder mehr wird. Allerdings glaube ich, dass es hoffentlich, also nein, ich hoffe, ich glaube nicht. Ich hoffe, dass es durch die ganzen Klimaschutzsachen ein bisschen weniger wird. Also dass die Leute dann sagen, okay, wir haben jetzt gemerkt, in einem Jahr sind wir nicht geflogen und es hat uns nicht jetzt gestört. Also dass viele halt einfach so durch Überzeugung sagen, okay, ich brauche nicht zu fliegen. Aber ich glaube trotzdem, dass leider die, ja, diese ganzen Management-Menschen und ja, Leute, die pendeln und so, dass die vielleicht dann doch ein bisschen den Flugverkehr wieder ankurbeln. Obwohl, da muss ich noch eben, ich meine, wir hätten jetzt in der Firma eine Reise, eine neue Reise-Richtlinie und da steht also drin, dass man der Bahn Vorzug geben muss. Also es gibt ja irgendwie so ein, wenn das Ziel innerhalb von so und so viel Stunden erreichbar ist, dann bezahlen wir kein Flugticket mehr. Also sowas, solche Regeln. Also da gibt es erstaunlicherweise Bewegung, das stimmt schon. Ja, also ich, wie gesagt, ich hoffe auch, dass die Bahn einfach mal irgendwann tatsächlich einfach billiger wird, dass es, ja, attraktiver wird, einfach Bahn zu fahren. Aber die muss sauberer werden und pünktlicher. Ja, genau, also ich denke mal, wenn mehr Geld im Hintergrund ist, dann kann man auch mehr Leute einstellen und ist dann vielleicht nicht mehr so unpünktlich. Wenn mal jemand krank wird, hat man sofort Ersatz und muss den Zug nicht ausfallen lassen. Irgendwie so, ne? Ja. Das ist ja, äh, ja, Geld kann vieles schöner machen. Vielleicht auch den Bahnverkehr. Ja, das ist richtig, natürlich. Dann kannst du dir wieder die Springer leisten, die im besten Fall einfach nur herumsitzen und ihre Zeit vertrödeln, also so in Reserve irgendwie rumlungern. Und im schlechtesten Fall müssen die halt dann, weil es irgendeinem Lockhörer oder Lockhörerin schlecht geht, dann eben einspringen. Genau. Aber das kostet natürlich doppeltes Personal, das Geld. Du hast natürlich recht, ist eine Geldgeschichte. Dann muss man aber vielleicht auch von dieser Kostenoptimierung mal runter, weil das ist ja, das ist ja die Ausprägung davon, wenn ich jetzt, ich bin der super Ökonom, ich kann das total durchschauen, aber es ist, so verstehe ich das einfach, ne? Dass man dann gesagt hat, wir haben, wir lösen die Reserve auf, ne? Dann, es geht ja, es geht ja in 80 Prozent, 70 Prozent aller Fälle auch ohne und die 30 Prozent, wenn der Bahnbetrieb dann eben, wenn die Bahn ausfällt, ja, dann machen wir halt die, wie heißt die, die Scheuerwände oder so. Dann fährt der Zug einfach nicht bis zum Ende, sondern dreht einfach auf halber Strecke um. Sollen doch die Leute sehen, wie sie nach Hause kommen, mit dem Taxi oder mit dem Flugzeug, ist uns doch egal. Ja, das ist kein Servicegedanke, also das ist, naja, bei der Bahn kommt halt dazu, dass diese, diese Blödsinnsidee mit dem Börsengang da reingehauen hat, ne? Ja, ja, ja. Das ist Infrastruktur, die kannst du nicht nach profitablen Gesetzen, nach Profitorientierung betreiben. Das ist genauso blöd wie mit Krankenhäusern, die anhand von Operationen finanzieren. Was soll denn das? Wir müssen einfach kapieren, dass dieses System, in dem wir leben, dieses Gesellschaftssystem, dieses Staatswesen, das muss gewisse Dienste bereitstellen für die Allgemeinheit. Und die Kosten, ja okay, die Kosten, aber die Kosten, ja, die muss dieses steuerfinanzierte System einfach tragen und da kannst du nicht nach Profit, also bei Krankenhäusern ist es ganz absurd für meine Begriffe. Und bei der Bahn, das war eine, das war eine Blödsinnsidee, mit der, mit der Bahn an die Börse zu gehen. Das ist Infrastruktur. Wir sehen es ja auch bei Wasser, hier, Wasserbetriebe, ja, haben sie Wofereit und Sarrazin damals, die haben ja alles verscherbelt, was zu verscherbeln war. Jetzt haben sie die Wasserbetriebe wieder zurückgekauft. Ja, super. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, du hast ja recht, Martin, aber es kostet halt, dieses Steuergeld hätte man für den Betrieb dieses Unternehmens aufwenden können. Ja, und nicht hier jetzt als Rückkaufssumme, ne? Ja, genau. Absurd. Ich muss mich eben bedanken bei Shelter 87 im Chat, der hat mich korrigiert, das war nicht die Scheuerwende, sondern die Pofalla-Wende. Also wenn der Zug nicht bis zum Endbahnhof fährt, weil irgendwo der Fahrplan nicht mehr eingehalten, dann ist es die Pofalla-Wende, genau so. Danke für den Hinweis. Ich folge hier den DB Regionalverkehr, das kommt öfter vor. Das kommt hier im Regionalverkehr Berlin-Randburg öfter mal vor. Da fährt er nicht bis Hauptbahnhof, sondern endet schon in Südkreuz, wenn er von Süd kommt. Ja, kommt vor. Um den Plan zu halten, also wenn das das Ziel ist, ja, wir wollen quasi den Plan halten und so weiter, kann ich das ja sogar verstehen. Aber man sollte doch vielleicht aus der Perspektive der Fahrgäste denken. Welchem Fahrgast ist denn dadurch gedient, dass er irgendwo in der Pampa ausgespuckt wird und dann nicht weiterkommt? Und womöglich noch im Winter, wenn es dann kalt ist oder dunkel oder so. Das ist doch alles ungeschön. Bei meinem Beispiel ist es ja noch erträglich. Dann steigst du halt Südkreuz aus, gehst einmal hoch und auf der anderen Seite runter und fährst mit der S-Bahn in die restlichen Stationen. Aber es gibt halt auch Fälle, wo du zum Beispiel, wenn er nach Norden fährt, dann fährt er halt nicht bis Stralsund, sondern endet schon in Neustrelitz oder so. Das ist natürlich dann doof, weil da hast du dann halt kein elegantes Fortkommen. Also es ist, die Bahn ist ein kompliziertes System, da machen wir uns mal nichts vor, das ist auch alles ziemlich aufwendig, das zu leiten. Aber man kann das tun. Ich habe eine schöne Doku über den japanischen Zugverkehr gesehen. Der Reporter hat da gesagt, es ist erstaunlich, die Tickets sind verhältnismäßig teuer. Und trotzdem fahren sehr viele Menschen mit der Bahn in Japan, weil es einfach funktioniert. Es ist, man kann sich darauf verlassen, es ist sauber. Und da bezahlen die Leute offenbar gerne. Oder gerne ist jetzt übertrieben, aber in der Abwägung, was bekomme ich dafür? Die Japaner übertreiben es ja ein bisschen mit der Pünktlichkeit. Also wenn der 15 Sekunden zu spät ist, dann fällt ja der Lokführer schon vor den Passagieren auf die Knie sozusagen. Das ist natürlich absurd überzogen. Aber das ist halt nur japanische Mentalität. Das ist aber Schinkansen, das ist, glaube ich, nicht im kompletten Netz in Japan so. Also beim Schinkansen auf jeden Fall, da hast du recht. Aber man braucht gar nicht so weit um die Erde rumgucken. Die Schweizer schaffen das auch sehr gut mit der Bahn. Die können das auch, ja. Ja, die können das auch sehr pünktlich. Wobei man sagen muss, dass die Schweizer pro Kopf der Bevölkerung fast 400 Euro im Jahr in die Bahn stecken. Während dieser Aufwand pro Person in Richtung Bahn bei uns bei 36 Euro liegt. Also fast ein Zehntel. Oh, das ist ja ein Unterschied. Ja, also die Schweizer investieren einfach. Ja, es ist eine Frage, wo man seine Prioritäten setzt. Im Moment ist die Priorität einfach im Individualpersonenverkehr. Ja, das ist seit vielen, vielen Jahren so. Ja, wir leisten uns in Berlin jetzt sieben Kilometer Autobahn für eine Milliarde Euro. Das ist unglaublich, ja. Weil irgendwann in den 60er oder 70er Jahren Leute von dem Innenstadtring geträumt haben. Ja. Ja, und jetzt ist die Mauer weg. Jetzt können wir den rumbauen. Super. Ja, wir können jetzt bauen, aber müssen wir auch? Und dann geht es irgendwann, weil es eine Umweltzone ist, dann eine Beschränkung auf 50 oder so. Dann kannst du auf drei Spuren dann 50 fahren. Das gibt es in Dortmund zum Beispiel. Super. Ich kenne das noch als Stadtautobahn, also dass man da mit 90 durchfahren konnte. Und irgendwann haben sie es radikal auf 50 runtergesetzt. Und man hat, also ich als Autofahrer habe das Gefühl, ich würde stehen bleiben. Also ich käme gar nicht mehr durch. Ja, irgendwann ist da ein Schild 30 mit Zusatz Lärmschutz. Ja, genau. Das kommt auch noch. Jetzt habe ich Gott sei Dank ein Auto mit Tempomat. Ich kann also 50 einstellen und fahre dann einfach 50. Es ist gar nicht so, also wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ist es gar nicht mehr so schlimm. Man merkt schon, man kommt doch noch vor. Irgendwann ist auch Dortmund mal vorbei, da kann man wieder Gas geben. Aber es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich gewöhne mich aber zugunsten der Ruhe und der Abgasreduzierung und so weiter, würde ich mich gerne daran gewöhnen. Also das ist nicht das Problem. Man merkt halt schon den Unterschied. Und jetzt eine Milliarde Euro auszugeben, um dann eine Straße zu schaffen, die dann aber auch nicht die Entlastung bringt, die man eigentlich ja, die Verbindungsqualität bringt. Nein, Straßen bringen keine Entlastung, Straßen bringen Verkehr. Ja, genau. Ja, wenn du eine zweispurige Strecke hast und wo Stau ist, dann sagst du, oh, hier Stau, da brauchen wir eine Spur daneben legen. Legst du eine Spur daneben, hast du den Stau auf drei Spuren. Weil die Leute sagen, oh, jetzt ist ja da drei Spuren, jetzt kann ich da auch langfahren. Straßenbau bringt Verkehr. Es geht auch anders, wir haben in Berlin jetzt eine Menge Dreißerzonen und das läuft in den Dreißerzonen total entspannt. Da fährst du völlig entspannt. Also ich fahre ja sowieso nur mit, aber meine Frau sagt, das ist viel entspannter, die Dreißerzonen. Ja, wenn du nicht immer einen auf der Stoßstange sitzen hängst, der dann meint, Dreißig, ja, aber doch jetzt nicht. Nein, nein. Jetzt, jetzt, heute nicht. Also wir doch nicht, heute doch nicht. Dreißig ist an sich eine gute Idee, aber nein, doch. Aber doch reich ich. Ja, genau. Wozu habe ich denn den Stern am Kühlergrill vorne? Ja, das kann der Stern sein, muss nicht unbedingt. Nee, das können auch fünf Ringe sein oder so. Aber fragen wir doch mal den Lars. Wie siehst du denn den Luftverkehr in der Zukunft? Wieder mehr oder weniger? Das ist die Frage, nach welcher Ursache du fragst. Also ich hoffe mal einfach, dass es nicht wieder so viel wird. Ich vermute aber, es wird erstmal wieder ansteigen auf einen prä-coronischen Wert und wird dann irgendwann hoffentlich zugunsten aus Umweltschutzgründen und mehr Vernunft wieder runtergehen. Ich glaube aber nicht, wenn man jetzt den Klimaschutz und diese Facette, über die im Moment viel gesprochen wird, wenn man die außen vor nimmt, außen vor lässt, glaube ich, würden wir ganz einfach wieder auf den normalen, nein, auf den vorherigen Wert. Und zurückgehen und dort auch wahrscheinlich den gleichen Quark wie vorher erleben. Wir haben aber im Moment eben zwei Sachen gleichzeitig. Man spricht mehr über den Flugverkehr und das Klima und eben gleichzeitig über Corona. Und ich glaube, das wird man am Schluss schlecht trennen können, was denn jetzt welche Auswirkungen hat. Ich schätze dazu, wie das Paper geben irgendwann. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist schon richtig. Du betrachtest das Ganze sehr differenziert. Mein Gefühl ist, dass die alten Muster so stark sind, das erlebe ich jetzt auch ganz konkret im Alltag. Corona, wir haben ja so niedrige Inzidenzen, da können wir ja wieder Schulter an Schulter irgendwie auf der Bierbank hocken oder so draußen. Und plötzlich ist diese Bedrohung in Anführungszeichen schon vergessen, Thema von gestern. Ich habe ja das dumpfe Gefühl, als würden wir uns auf sehr dünnem Eis bewegen, auch bei 30 Grad, dass das vielleicht im Herbst dann uns da doch nochmal einholt. Also ich bin mir da, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Vielleicht bin ich aber auch Kassandra und denke einfach zu schlecht. Naja, wenn man sich das anguckt, was im Moment in Großbritannien durchstarrt mit dieser, ich glaube, Delta-Variante, das kann uns also, weil im Moment halt, glaube ich, erst so ungefähr die Hälfte der Bundesbevölkerung die erste Impfung durch hatte. Wir sind noch längst nicht über den Berg, dass man jetzt einfach sagen kann, jo, Normalität. Also ich bin kürzlich bei einem bekannten großen Möbelhaus vorbeigefahren. Das sah sowas von Normalität aus, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre dann einfach mal vorbei. Also das war für mich nicht nachvollziehbar, dass da eine solche Menschenmenge offenbar problemlos in den Laden kann. Ähm, aber eben zu dem Flugverkehr zurück, also ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass wir eben zwischendurch einmal quasi vorherige Zahlen erreichen werden. Vielleicht sogar leicht überschießend, weil die Leute sagen, ja, jetzt haben wir uns ein Jahr zurückgehalten, jetzt hauen wir aber mal auf den Putz. Jetzt gönnen wir uns das mal. Ja, ja, das steht uns ja zu. Also es könnte auch noch ein bisschen überschwingen, bevor es wieder weniger wird. Aber ich glaube, das erste Mal hatte Vera das ja angesprochen, dass die Klimadebatte und die Notwendigkeit auf den Klimawandel zu reagieren und ihn zu bremsen, dass da erhoffe ich mir auch einiges an Rückgang in dieser Ecke, dass da mal die Leute auf den Trichter kommen. Ich muss nicht von Stuttgart nach Berlin fliegen. Aber Frank, du hast doch damals, Entschuldigung, Lars, redest ruhig. Wo ich noch Befürchtungen habe, ist, dass also die Deutsche Bahn 10 bis 15 Jahre hinter dem Bedarf hinterher hängt. Vielleicht, ich hoffe, dass es weniger ist. Ich hoffe, dass es viel weniger ist, aber ich glaube es noch nicht. Denn die neuen Zuggenerationen, mit denen sie also auch alte Sachen ablösen wollen, die sind zwar alle angekündigt, der neue Intercity, diesem neuen Intercity-Modell, was fahren soll und so weiter, womit die sagen, ja, dann wird das und das besser. Und dann haben wir auch vernünftige Klimaanlagen, dann fällt im Sommer nicht mehr so viel aus. Und was die alle da für Zusammenhänge haben, da hängen die aber auf Jahre noch hinterher. Auch wenn die dann zwischendurch sagen, so, wir haben jetzt schon mal 20 neue davon, jetzt wird alles wieder gut. Da glaube ich eben nicht dran. Und auch diese jährlichen Versprechungen, ja, nächstes Jahr wird das alles besser, glaube ich auch nicht dran. Deswegen, ich befürchte, dass das im Moment einem Umdenken in Sachen Reisens noch ziemlich im Wege steht. Und jetzt habe ich genug gemeckert. Nein, gar nicht. Mehr davon, mehr davon. Nee, was ich ansprechen wollte, Frank, du erinnerst dich doch bestimmt auch noch an den alten Slogan Tempo, 100 dem Wald zuliebe, oder? Ja. Und ist da irgendwie... Ich erinnere mich auch noch, alle reden vom Wetter, wir nicht. Ja, das auch. Nee, aber hat sich da das irgendwie auf den Autoverkehr ausgewirkt? Ich würde mal sagen, nein. Also es gibt inzwischen ein paar Menschen auf der Autobahn, die fahren bewusst. Nee, du musst ja bloß mal, Martin, du musst ja bloß mal Tempo 130 ansprechen. Da kannst du ja schon innerfamiliäre Kriege lostreten. Okay, du bist erfahren. Ja, also wie gesagt, ich bin nur Mitfahrer. Aber meine Frau ist halt mittlerweile auch nicht mehr die Jüngste und rast auch nicht mehr. Also als wir den Karre neu hatten, da sind wir auch mal 200 gefahren. Klar, auf der geraden bei Dessau. Okay, aber jetzt A, traut sie sich das nicht zu. Und zweitens sagt sie, sie fährt auch einfach entspannter. Ja, genau. Sie sagt, wenn man schneller fährt, kriegt man diesen Tunnelblick, diesen gierigen Blick nach vorne, weil du darfst ja nichts verpassen. Und sagt sie, ja, entspannter, viel entspannter. Aber du kriegst in Deutschland offenbar Tempo nicht mal 130 durch. Ja, das ist erstaunlich. Und den Wald zuliebe 100 fahren. Also ich bitte dich, ja, wozu haben wir denn unseren großen Autobauer? Ich meine, um jetzt nicht zu negativ zu werden, das große Waldsterben durch die Übersäuerung da und das Schwefel, was aus den Kraftwerken rausgekommen ist und so weiter, das hat ja tatsächlich, es gab ja eine Gegenbewegung. Aber im Wesentlichen durch große Filteranlagen bei den Industrieanlagen. Ja, man hat doch den Schwarzwald auch gekalkt, ne? Man hat doch nämlich Kalk abgeworfen. Das scheint aber geholfen zu haben, was jetzt eher wohl dem Wald schadet, ist die Trockenheit. Ja, na gut, aber da können wir durch Autofahren mehr oder weniger jetzt... Nee, durch Autofahren kann sie da nichts ändern. Nee, aber wir haben es gerade am Wochenende in Brandenburg gesehen, also das ist total trocken. Und in Brandenburg nutzt Regen ja auch nichts, das ist ja so ein Sand, das Zeug ist ja sofort weg. Ja, das glaube ich auch. Aber fragen wir mal den Sebastian, fliegst du bald wieder nach Malle, regelmäßig? Klar, hier ist auch ein... Ähm, nein. Ähm, nee, also, nee. Ich bin vorher nicht geflogen und... Also, tatsächlich bin ich mit einer Passagiermaschine noch nie geflogen. Ich bin schon mit kleinen Flugzeugen geflogen, aber noch nicht mit... Also, mit geflogen, nicht selber geflogen, ja. Aber nicht mit großen Passagiermaschinen, nee. Nee, eigentlich immer Bahn oder halt Auto. Ich finde Bahn ja unheimlich bequem. Also, wenn Bahn funktioniert und mein ICE nach Leipzig zum Kongress kommt pünktlich und ich steige da ein, da kommst du so entspannt auch an am Ziel, ja, das ist super. Aber ich muss nochmal Holger Klein zitieren, der ja sagt, die Bahn ist ein hervorragendes Verkehrsmittel, was leider von Idioten betrieben wird. Oder gemanagt wird. Ja, vielleicht gemanagt wird. Ich habe nämlich gerade den Zug... Bei Betrieben, da würde man den einzelnen Lokführer mit reinigen, den möchte ich dann doch nicht mit drin haben. Denn die reißen sich wirklich einen Arm aus. Also, die ackern wirklich. Ja. Und die Stellwerksleute und so weiter, also die, die Strecken da setzen. Die machen wirklich die Arbeit. Ich denke mal schon, dass sie eine gute Arbeit machen, im Wesentlichen. Aber natürlich, es ist halt, das sind so strategische Entscheidungen. Also, wo legst du deine Schwerpunkte als Unternehmen? Willst du jetzt Aktionäre irgendwie glücklich machen oder willst du die Passagiere glücklich machen? Und im Zweifelsfall beim AG, beim Aktienkonferen... Ja, da sind wir wieder beim Börsengang der Deutschen Bahn, ne? Ja, genau. Ja, da sind wir wieder. Das ist vielleicht... Ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also, ich bin echt pessimistisch, was den Lerneffekt der Menschen angeht. Da ist dieses auch... Ich kriege das ja jetzt auch mit, wenn ich mit Kollegen spreche oder mit anderen Leuten hier so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir uns so lange eingeschränkt wegen Corona, jetzt dürfen wir aber auch mal wieder. Und dann... Jetzt steigen wir mal richtig über die Stränge, ja. Ja, und dann ist es eine, dann wird quasi die Zeit, die man die Füße stillgehalten hat, wird sozusagen dagegen gerechnet und nicht die Frage, ob ich jetzt mich infiziere, ob ich ein Fall für die Intensivstation werde oder durch mein Verhalten andere angesteckt werden. Und das ist in den Köpfen gar nicht drin, sondern nur, wir waren jetzt so lange brav, jetzt müssen wir, dürfen wir auch mal über die Stränge schlagen. Ich sage, mit diesem Denken komme ich überhaupt nicht zurecht, aber ich höre das öfter. Also, das... Und jede Vergünstigung wird dann, oder Möglichkeit wird ausgenutzt, hier diese ganzen Modellregionen. Ich kenne mir im Leben nicht drauf, nur weil irgendeine Stadt sagt, so, hier, hier ist Modellregion, wir haben da irgendein wachsweiches Forschungsprojekt irgendwie am Haken, deswegen dürfen jetzt alle wieder kommen. Würde ich mir eigentlich dreimal überlegen, ob ich das mache. Ja, ich würde dir da auch folgen. Ich würde auch sagen, man sollte jetzt im Sommer, wo die Zahlen runtergehen, nicht wie die Schlange, wie Skandinien auf die Schlange, auf die Zahlen starren, sondern man sollte sich mal überlegen, dass es vielleicht gerade dieser Großbritannien und Delta, diese Delta-Variante, die wird mit Sicherheit im Herbst, gerade bei verstärkter Reisetätigkeit, sich auch bei uns hier breit machen. Und da, ich finde, zu schnelle Lockerungen, ja, okay, das nervt mit der Maske im Bus, ja, es nervt. Es nervt im Sommer besonders, aber ich warne wirklich vor so einer Euphorie, oh, das ist jetzt alles vorbei, jetzt kommen wir ja wieder. Ja, übrigens, was Lars sagte mit dem Möbelhaus da, ich habe das heute auch in der Schlossstraße bei uns hier in Steglitz beobachtet, da in dem einen Einkaufszentrum, das war auch ein üppiger Betrieb. Okay, die Leute trugen Maske, ja, die trugen Maske, aber es ist auch einfach Ausdruck der Sehnsucht nach wieder mehr Bewegung und sowas. Das ist ja auch verständlich. Es ist die Sehnsucht nach Normalität und das kann ich total verstehen. Also ich werde am kommenden Wochenende zwei Menschen wiedersehen, die ich jetzt bald ein Jahr lang nicht gesehen habe und ich zähle sie zu meinen besten Freunden. Und ungelogen, ich schaue mir auch nicht dazu sagen, als ich da die Tage dran dachte, dass das eben an diesem Wochenende endlich soweit ist, da schossen mir zwischendurch einmal die Tränen in die Augen, weil das ist einfach ein furchtbar lange anderthalb Jahre schon, wo das alles so komisch läuft. Und wenn Leute sich nach der Normalität sehen, ich glaube, das ist absolut verständlich. Was ich nicht verstehen kann, ist an der Stelle, dass man eben die Türen soweit aufmacht, dem soweit nachgibt. Das ist eben nicht vernünftig. Das wird den Menschen eben auch nicht gut tun. Wenn du diesen riesen Parkplatz bei dem Möbelhaus da gesehen hast und stellst dir vor, die sind da jetzt gerade alle drin. Nee, das ist für mich nicht vermittelbar. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich im Moment noch keinerlei Ambitionen habe, ins Kino zu gehen. Irgendwie hat man sich das auch abgewöhnt. Also ich habe keine Ambitionen, ins Kino zu gehen. Ich war heute nur unterwegs, weil ich wirklich ein Gerät brauchte, weil ich morgen hier das lokale Netz umbauen will. Aber ansonsten, es zieht mich auch nicht zu dem, was man Shopping nennt. Man holt sich das Nötigste, da habe ich mich mittlerweile aber auch dran gewöhnt. War das denn vorher bei dir anders? Bist du shoppen gegangen? Naja, natürlich gehe ich nicht durch ein C und A, sondern ich gehe halt mal durch ein Saturn oder sowas. Achso, ja, okay. Baumarkt. Ja, man ist aber doch öfter mal unterwegs gewesen. Und wir waren relativ häufig im Kino zum Beispiel. Theater nicht so, aber Kino war, ja, okay. Jetzt ist ja wenigstens Freiluftkino, haben wir leider die Berlinale verpennt, den Kartenverkauf. Ja, aber, ja, okay, wenn die Berlinale vorbei ist, werden wir uns mal wieder mit Freiluftkino beschäftigen. Bei der Gelegenheit, apropos Kino, am 29.07., ich sage es lieber 7., weil Juni und Juli ist immer so schwer auseinanderzuhören. Am 29.07. hat ein Filmpremiere, der heißt Alles ist eins, außer die Null. Ah, bei Holland. Er zeichnet 40 Jahre CCC und anfänglicher Regie von Holland nach. Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Also das ist dann mit Sicherheit ein Grund, egal in welchem Kino er in der Region läuft, da gehe ich hin. Das dürfte dann wieder der Kinostart sein. Maske. Außer man ist geimpft, getestet oder genesen. Ja, bis dahin habe ich ja die zweite Dosis. Ich kriege genau heute in einer Woche mein zweites Astra. Okay, ja. Ich habe gerade heute von Dr. Lip die Mail bekommen, dass ich mich in einer Woche im Flughafen Tempelhof einfinden möchte. Oh, 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 das Stichwort. Astra oder was? Dr. Lip. Ja, ich weiß, der Laden ist auch nicht der beste. Ich weiß, der Laden ist. Die haben Preis gewonnen am Wochenende, ne? Habe ich nicht mitgekriegt. Den Big Brother Awards Award. Die haben den Big Brother Award. Ja, 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 es kommt wieder ins Gedächtnis. Ja, 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 klar. Ja, aber wir waren neulich in Brandenburg unterwegs und an dem Gartenlokal wurde ich gefragt, ob ich Luca oder Zettel. Und da habe ich gesagt, natürlich, Zettel. Ja, aber dann nimmt er den Zettel und geht hinter die Theke und trägt dich ins Luca-System ein, ne? Na, das muss ich mal nicht. Damit musst du rechnen, ja. Damit musst du leider rechnen. Das ist alles ein Krampf. Also, das ist... Was mich bei Luca am meisten stört, ist, dass die öffentlichen Gelder da verschleudert wurden. Ja, ja, ja. Also, ich habe unseren Regierenden noch im Ohr, ich will das jetzt, ich will das jetzt ausrollen, ich habe das jetzt bestellt. Ey, wie bitte? Ja. Das ärgert sich am allermeisten. Das war das Halsversprechen. Und das ist, also, da muss ich auch... Wir brauchen natürlich Lösungen. Und ich muss auch sagen, ich habe mal in so einem Datenschutzkreis, da wurde das auch vorgestellt. Und da hat der Professor von der, oh Gott, der Universität, der so das Grund-Kryptomodell da entworfen hat, hat das so vorgestellt. Also, grundsätzlich mal so hatten die sich mal gute Gedanken gemacht. Aber in der Ausführung dann offenbar ja, ich weiß nicht, 16-jährige Skripki, die ist da dran gesetzt, die überhaupt keine Ahnung hatten. Ja, das kannst du ja im Logbuch Netzpolitik nachhören, wenn du alleine an diese CSV-Kiste denkst. Ja, also, ich meine, äh, also, ich bin ja nun kein Windows-Mensch, aber was, dass man beim CSV, das Komma, äh, vielleicht escapen muss. Ey, bitteschön, ja. Aber da hast du recht, mit 16-Jährigen Skriptkiddies, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also, will ich diese Folge hören mit dem CSV? Entschuldigung bei allen engagierten Jugendlichen, ja. Es gibt sicherlich auch da genug Expertinnen und Experten, also, aber das ist, ähm, wenn man, wenn man sagt, hier, brenzlige Situation, ja, wir brauchen jetzt hier, ähm, ein sehr gutes Werkzeug und wir haben aber auch noch, ähm, so ein paar Bedingungen, so Nebenbedingungen. Und man sagt dann, ja, schaffen wir alles, schaffen wir alles, trommelt sich selber auf die Brust und liefert dann so eine Sache ab, die von Expertinnen dann Woche für Woche, ach, Tag für Tag jetzt erlegt wird. Ja, also, Manuel Artuk hat ja auf Twitter regelmäßig, äh, die, 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 die Fails von denen gepostet, ich glaube, der hat jetzt 600 Tweets zusammen, ja. Ja, das ist auch krass. Also, es ist absolut, und, und Lars, die Frage, ob du das hören willst, also, ich finde ja, man muss, äh, Logbuch Netzpolitik schon hören, a, ist es informativ und zweitens ist der Sarkasmus und der feine Humor von Linus Neumann schon hörenswert. Äh, ich war gedanklich jetzt beim anderen Projekt, ähm, also, äh, Logbuch Netzpolitik, ist natürlich klar, ich war gedanklich woanders, äh, das liegt an mir, aber das mit dem CSV war in, äh, Freakshow, äh, war, ähm, war ich, äh, also, das mit der CSV war in Logbuch Netzpolitik? Ich meine, ja. Ja, weil, äh, das war der Moment, wo Tim Brittler sprachlos wurde, das habe ich, das habe ich noch nie erlebt, das habe ich noch nie erlebt. Dann habe ich die Folge noch nicht gehört, ich habe jetzt gedacht, ihr werdet irgendwie bei der Freakshow, ich weiß nicht warum. Nee, 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 also, das ist, also, Logbuch Netzpolitik muss man schon alleine wegen Linus hören. Ja, müssen muss man gar nichts, ne, also, jeder darf hören, was er will, von daher ist das mit dem Muss als, äh, warme Empfehlung zu verstehen, also, kein Hörbefehl. Also, alle diese Begriffe sind immer mit einem Portionchen, ähm, äh, mit einer Portion Leichtigkeit zu verstehen, so verstehe ich das jedenfalls. Ja, und persönlich gefärbt. Ja, ja, aber das mit dem Dr. Lipp, äh, ich hatte nämlich genau auch, äh, in meiner Euphorie, dass ich überhaupt einen Termin bekomme, habe ich ja, äh, ich habe also jede Vorsicht fahren lassen und bei diesen ganzen Abfragen, da sind sie einverstanden mit Cookies und, äh, hier, äh, AGBs akzeptieren und hier Einwilligung geben, ich habe immer, ja, 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 einverstanden, einverstanden, ja, 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 gebt mir bloß einen Termin, so, 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 so geil, ja. Ja, ist sehr verständlich, ne? Und dann eine Woche später siehst du, diese Bude, der du gerade deine Daten anvertraut hast, kriegt erstmal den Big Brother Award, das ist auch so ein bisschen so, äh, äh, ups. Naja, es ist das Impfzentrum Niedersachsen, der Auftrag ist auch an ein Unternehmen gegangen, wo ich jetzt auch wenig entzückt war, sagen wir es mal so, aber, naja, was soll man machen? Also, ich habe an der Stelle. Ja, genau, was soll man machen, ne? Ich habe einfach abgewogen, was ist denn daran so schlimm, dass die wissen, wo ich wohne, wann ich geboren wurde und dass ich mit Astra geimpft wurde? Vielmehr, so viel Wissen, die wissen doch weitaus weniger als Amazon oder andere Online-Buden von mir wissen. Ja, das ist, ja, wenn man das dann mal so dagegen, wenn das, ja, es fließt möglicherweise in das Gesamtprofil ein, was irgendwo in Kellern oder in dunklen Fjorden in Norwegen über dich gesammelt wird, wer weiß, keine Ahnung. Wir wissen es doch alle nicht, das ist ja gerade das, das Blöde, wenn das alles transparent wäre, wenn das wirklich alles transparent wäre und auch so, dass man es verstehen kann, also manche Transparenzinitiativen, da kannst du, das liest ja drei Jahre und verstehst trotzdem nicht, was da gemacht wird. Wenn ich als Verbraucher wirklich ernst genommen werde und ich mich darauf verlassen kann, dass mich ein Produkt, auch ein digitales Produkt, nicht gefährdet, genauso wie ich daraus sicher sein kann, dass mich ein Joghurt, den ich aus dem Regal im Supermarkt nehme, nicht vergiftet, ja, dann wäre es ja gut. Aber genau das haben wir nicht. Wir haben diese Produkthaftung zum Beispiel nicht. Nee, die haben wir nicht, aber ich frage mich, welche Gefahr geht davon aus, dass Dr. Lip Name, Adresse von mir hat? Ich glaube, die haben nicht mal eine Telefonnummer. Doch, die haben eine Telefonnummer wegen SMS. Welche Gefahr geht davon aus, frage ich mich. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich die Gefahr, die davon ausgeht, für nicht so relevant halte, als dass ich auf meinen Impftermin deswegen verzichte. Ja, also ich habe zum Beispiel für mich... Also meine Mobiltelefonnummer ist mir schon was wert, die kriegt nicht jeder. Und das ist, ich möchte, ich telefoniere nicht gerne und ich möchte auch nicht von Hans und Kranz auf dieser Nummer angerufen werden. Eben, deswegen gebe ich da eine Festnetznummer an, da gebe ich da eine Festnetznummer an und dann habe ich auch noch für ganz harte Fälle, habe ich noch eine Festnetznummer, wo ein Automat, wo ein AB mit einer Ansage rangeht. Genau. Und bei unsicheren Kandidaten gebe ich immer nur die Festnetznummer. Dann ist ein AB dran, also selbst wenn ich nicht zu Hause bin, kriege ich schon mit, dass ich gebraucht werde. Jetzt habe ich bei diesem Dr. Lip, habe ich schon meine Handynummer angegeben, weil ich dachte, naja, vielleicht muss man ja auch mal schnell reagieren und bevor mir die Impfung durch den Lappen geht. Aber damit habe ich jetzt im Prinzip meinen eigenen Sicherheitslevel runtergeschraubt und das fühlt sich schon komisch an, muss ich tatsächlich sagen. Ich gebe dir recht, da ist jetzt nicht Leib und Leben bedroht, also ich glaube jetzt auch nicht, dass mir da beweist, was Schlimmes passiert, aber es ist einfach so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich habe so wie die Maus, die dann dem Käse folgt und dann plötzlich in der Falle sitzt. So könnte es mehr gehen. Wäre ja schön, die würden das dann hinterher auch wieder löschen und nicht verkaufen an irgendein Werbenetzwerk, die dann sagen, ach, wir könnten doch mal. Also da bin ich Optimist, muss ich dir sagen. Also so paranoid bin ich nicht, dass ich sage, Dr. Lip verkauft das jetzt an diverse Pharmafirmen oder so. Ich höre gerne, ich würde gerne deinen Optimismus teilen. Wundert mich, wundert mich, dass du da, hätte ich dich anders eingeschätzt, aber egal. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt noch nicht genau geguckt, warum Dr. Lip denn da eigentlich ein Wort bekommen hat. Ja, also das sollte man mal lesen, dann versteht man das. Aber das führt jetzt hier wirklich zu weit. Ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie etwas falsch wiedergeben, was dann möglicherweise irgendwie Stress gibt oder so. Ich habe die URL für die, ja, für die Lobesrede mit in die Show Notes aufgeschrieben. Ja, alles klar. Super, ja. Und manchmal ist es ja auch hilfreich, also ich denke zum Beispiel an den Videodienstanbieter Zoom. Als der letztes Jahr auf den Markt kam, hat er ja auch ordentlich Sänge gekriegt und dann haben die Leute gesagt, hier, das geht doch nicht, hier diese Aufmerksamkeitsverfolgung und so weiter zum Beispiel. Und die haben tatsächlich reagiert. Also es ist nicht jeder, der, sagen wir mal, fragwürdige Sachen auf den Markt bringt, so stumpf und sagt, das interessiert mich nicht, eure Kritik, sondern es gibt tatsächlich auch Firmen, die sagen, oh, danke für den Hinweis, wir arbeiten da. Ja, es geht auch. Das geht tatsächlich auch. Und da vergibt man sich als Firma auch gar nichts. Nö. Im Gegenteil, das ist eine, das ist eine gewisse Größe, zeigt sich da, finde ich, mit den eigenen Fehlern umzugehen. Genau, wir sind ja alle nicht unfehlbar. Also wenn ich, wenn ich jetzt von heute auf morgen irgendein, sagst du, nur eine Veranstaltung planen müsste oder so, da würden mir garantiert auch Fehler passieren. Was weiß ich, erst kommt der Fotograf und dann die Torte, aber man will ja auch eigentlich die Leute mit der Torte fotografieren. Also musst du die wieder umdrehen oder so, ja. Klar, sowas passiert immer und überall. Das ist doch gut, wenn man dann eine Fehlerkultur hat, damit umzugehen. Da bewundere ich ja Sebastian immer als Entwickler, der sagt, ja, gib mir Feedback, gib mir Feedback. Der versteht das immer nur als gute Rückmeldung, wo kann ich was verbessern und nicht als Beschwerde. Hö, was hast du da wieder für einen Scheiß programmiert, funktioniert ja nicht oder so. Das liegt aber auch daran, dass der Input an Sebastian auch immer eine Reaktion, eine sehr positive, schnell, a schnell und zweitens, also korrigierend auch und wunscherfüllend immer ist. Also das muss man sagen. Das ist ja genau eine Firma, die mit, ja, Mängeln nicht, aber mit Input von außen entsprechend umgeht. Die Firma Studiolink. Die Firma Studiolink, ja. Sag mal was dazu, Sebastian. Dass die Firma nicht Studiolink heißt. Pringelig. Ja, schön, dass das so ankommt, ja. Ja, aber klar, ich meine, wenn das Feedback natürlich irgendwie nicht konstruktiv ist, dann ist das für mich natürlich auch schwer nachzuvollziehen oder das gibt es Gott sei Dank sehr selten. Hast du eigentlich einen Sandsack bei dir im Büro hängen, wo du ab und zu mal drauf haust, wenn dir die Rückmeldungen zu doof kommen? Nee, dadurch, dass es halt wirklich sehr selten ist, ja, und ich sag mal so, wenn es dann passiert, dann ist es auch meistens schon so unkonstruktiv, dass es meistens schon eher, ja, dass man das auch leichter nicht an sich heranlassen kann, ne. Also, wenn es irgendwie dazwischen ist, dann wird es, glaube ich, schwierig, aber so, ja, ist eigentlich alles okay. Nee, also habe ich keinen Bedarf, Frust abzubauen, das kann ich nicht behaupten. Ich möchte so gerne von dir lernen, ich möchte so gerne das von dir lernen. Ich reg mich immer über jeden Pups auf, wo ich dann auch denke, nimm es doch mal, also bei mir kommt immer erst die Aufregung und dann der Verstand, der dann sagt, aber da steht doch auch was Wahres drin in dem Brief. Ja, und dann, ja, eigentlich hat er ja auch recht, aber ich muss mich immer erst mal aufregen. Ich möchte das eigentlich so können wie du und einfach neutral drauf gucken und sagen, was hilft mir das denn jetzt? Ja, die Gelassenheit von Sebastian, die ist wirklich streckenweise exemplarisch, würde ich sagen, also ich würde es auch gerne so können. Kannst du in Tüten abfüllen und verkaufen, bist du recht reich. Kurse geben. Ja, ich kann das nicht vermitteln, aber ja. Ja gut, dann ändern wir mal das Thema. Frank hat ja vorhin angedeutet, dass er uns erklären wollte, warum er drei Monate Berlin verlassen hat. Was war denn da los? Ja, ich habe im Anfang 1978, war das jetzt 78 oder 77, 78, Anfang 78 habe ich ja mein Elektrotechnikstudium erfolgreich abgebrochen. Das lag daran, dass ich nämlich in den zwei Jahren vorher schon ja nicht mehr mich um Elektrotechnikstudium gekümmert hatte, sondern eigentlich nur noch am Rechner war. Und das war damals noch ein Großrechner mit Terminal, Terminal, es waren im Prinzip Fernseher mit einer Tastatur. Und da habe ich programmiert, Autodidakt. Ich hatte dann einen Kumpel getroffen, mit dem ich heute noch, mittlerweile sind wir beide auch aus dem Alltag raus, aus der Arbeit. Wir sind beide verrentet, aber wir sind immer noch befreundet und haben auch lange Zeit zusammengearbeitet. Der hatte mich da angefixt und dann war das klar, also ich mag Elektrotechnikstudium nicht weiter. Das ist eben mehr als mit der Modelleisenbahn in Trafo anschließen, das ist theoretische Elektrotechnik und das ist eklig. Nee, das war nichts. Und dann habe ich mich meinen Eltern offenbart, dass ich da aufhören möchte. Und die hatten ja schon vorher mitgekriegt, das hatte mit der Programmierung und so. Ich hatte ja auch Lochkarten zu Hause. Und dann hat Vater gesagt, eine Ausbildung finanziere ich dir noch. Und dann bin ich zum Controldata-Institut nach Frankfurt. Controldata ist die Firma gewesen, die die Großrechenanlage der TU geliefert hatte. Und die hatten ein Weiterbildungsinstitut, Controldata-Institut und boten da Programmiererausbildung an. Und dann bin ich für drei Monate nach Frankfurt gezogen. Da habe ich so möblierte Zimmer gehabt. Ja, war nicht groß, also nicht in dem Sinne eine Wohnung, sondern ein bübliertes Zimmer. Das war so wie eine Handwerkerwohnung, weißt du, was Leute so vermitteln. Montage, Montage. Montage, 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 Montage. Und dann war ich da drei Monate und ich hatte halt das Glück, dass ich diesen Kurs relativ easy abwickeln konnte. Weil ich hatte ja schon Programmiererfahrung. Und dann kamen die da mit Kobol an und Kobol riecht nach Lulu. Aber ich habe den Kurs dann da unheimlich, ja, ich würde sagen elegant, mit wenig Aufwand, mit viel Sachsenhausen und Appleboy absolviert. Und komme zurück und habe dann bei einer Firma gearbeitet, kurz in der Datenverarbeitung. Das war sehr in der Nähe meines, damals noch bei den Elternwohnortes. Und das war eine Firma, die haben angefangen, ihre Datenverarbeitung da anzuwerfen. Da habe ich ein bisschen für die Lagerhaltung und Bestandssachen und sowas programmiert. Das war die Firma Gerb. Die hatten, das war eine Firma, die große Dämpfungselemente herstellte. Ich fand das damals ganz interessant. Die hatten nämlich die Riesenfedern gebaut, auf denen die Fernsehstudios des damaligen SFB, heute RBB, am Kaiserdamm stehen. Da ist nämlich ein U-Bahn-Tunnel. Und die Fernsehstudios stehen da als Haus in Haus auf riesigen Federpaketen. Bei der Firma war ich dann. Und dann meldete sich genau mein alter Kumpel, der mich mit dem Programmieren angefixt hatte. Und sagte, du, an der TU ist am Rechenzentrum eine Schwangerschaftsverstretung offen. Da habe ich mich da beworben. Und diese Bewerbung, die lese ich immer wieder mit Freude. Das ist eine DIN A4-Seite, Schreibmaschine mit PK10 getippt. Das ist wirklich Irrsinn, das Ding. Dann bin ich da eingeladen worden und dann hieß es, ach, wir kennen sie doch. Wir kennen sie doch, sie haben doch. Und wir hatten wirklich in den Jahren vorher, hatten wir mal ein bisschen aufgemacht. Also Passwortdatei und so. Ja, das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Also wir kennen sie. Jedenfalls im Endeffekt habe ich die Stelle gekriegt. Und nach anderthalb, die war für zwei Jahre befristet. Und nach anderthalb Jahren wurde ich in die Personalstelle gebeten. Und dann wurde befristet bis schlicht durchgestrichen. Weil der Arbeitsvertrag, den ich hatte, der war auch PK10 mit Schreibmaschine geschrieben. Auch nur eine Seite? Ich glaube, zwei Seiten. Ja, das kann sein. Das könnte zwei Seiten gewesen sein. Ja, und dann war die Stelle unbefristet. Und das sind da 39 Jahre geworden. Das ist eigentlich doch auch wunderschön. Also wenn eine Organisation Leute findet, die mit ihr alt werden wollen. Und sich wirklich auch mit Herz und Verstand der Arbeit zu wenden. Ja, ich gehöre aber auch noch zu der Generation von Leuten, die nicht so schnell die Stelle wechselten. Das ist heute anders. Die jungen Leute heute, die wechseln häufiger mal. Aber das hat Spaß gemacht. Wir haben damals den Grundstein für das deutsche Forschungsnetz gelegt. Mit Bernhard, dem Berliner Rechnerverbund zwischen Wissenschaftszentrum, wissenschaftlichem Rechenzentrum, FU und TU. Waren total selig, wenn wir über 9600 Bootleitungen eingelesene Lochkarten an der anderen Uni rechnen lassen konnten. Und der Ausdruck kam wieder bei uns raus. Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann, kamen dann die PCs. Das war dieses WAP-Programm Wissenschaftler-Arbeitsplätze. Da kamen Unix ins Haus. Dann kamen Datex-P-Verbindungen. Also Fernverbindungen über X25-Protokoll, sauteure Leitungen. Ja, und dann kam irgendwann das Internet über Dortmund nach Deutschland. Ja, dann wurde es richtig spannend. Ja, dann wurde es spannend. Wir hatten an der TU eine olle IBM-Maschine. Die war dann am Bitnet, am Earn-Bitnet, was auf diesem IBM-Protokoll basierte. Dann hatten wir für die Control-Data-Anlage so eine ganz blöde Anbindung gebastelt. Und da habe ich angefangen, Mail zu machen. Und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich mich in die ganze Mail, dann bist du da reingewachsen. Dann wolltest du immer mehr wissen. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Chef hatte, der mir den Freiraum gegeben hat. Der gesagt hat, okay, wenn der sich damit beschäftigt, wird schon was für uns abfallen. Und das ist ja auch abgefahren. Genau. Die längste Leine ist die beste. Lass ihn mal laufen, der kommt schon wieder. Mein Abteilungsleiter hat immer gesagt, von Mail habe ich keine Ahnung. Dafür habe ich meinen Mann. Der herkaufte auch Luca. Was dazu führte, dass sie dann, als mein Weggang drohte, eben feststellten, dass sie eben nur einen Mann hatten. Und sich dann um, sich nicht darum bemühten. Das war ja auch nicht machbar. In einem Jahr kannst du jemanden nicht in den Bereich Mail-Administration und das ganze Zeug einarbeiten. Das geht nicht. Das ist, da ist so viel, weißt du, ich sage immer, Erfahrung musst du machen. Die kannst du nicht aufsaugen. Die musst du selber machen. Ich kann einem anderen nicht Erfahrung beibringen oder mitteilen. Was ich an Erfahrungen gemacht habe, das kann ich nicht weitergeben. Das muss der selber machen. Und die Zeit hatten, die Leute hatten sie nicht Zeit. Da haben sie sich dann halt darauf kapriziert, mir als letzte Aufgabe im Prinzip die Abwicklung des Unix-Mail-Systems anzuvertrauen. Und die ganzen, ja, an die 55.000 Mailboxen auf NetExchange rüber zu schaufeln. Ja. Und jetzt geht an der TU im Moment gar nichts. Das habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Nee. Die TU hat am 30. April haben sie festgestellt, 30 Freitag, 30. April haben sie festgestellt, dass sie in ihrer Windows-Umgebung verschlüsselte Dateien haben. Oh no. Ach, und dann haben sie alles abgeschaltet. Ja. Und da Mail auf dem Exchange ist, also Windows ist, und lief dann erstmal eine Weile gar nicht. Dann haben sie ungefähr zehn Tage gebraucht, bis sie ein Not-Mail-System hatten. Oh. Da haben sie sich einen Postfix aufsetzen lassen und dann haben sie sich irgendeine Web-Oberfläche dafür gekauft und so. Ja, hat sich rausgestellt, die waren seit 26. also vier Tage schon vorher drin. Die sind also offenbar über einen, es war wohl ein Ransom-Angriff, der nicht ganz funktioniert hat. Aha. Aber sie sind über einen dezentralen PC, haben sie sich eben bis in die Zentrale durchgehackt und das ganze AD auch abgesaugt. Also es sind auch Daten abgeflossen. Oh oh, da wird Frau Smolzig nicht glücklich sein, darüber das zu hören. Nee, 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 und es ist halt auch so, sie hatten dieses SAP-System, was sie ja jetzt mit Mühe endlich mal so laufen gekriegt haben, das läuft zwar auf Unix-Hosts, aber ist halt völlig auf diese Windows-Umgebung abgestellt, ne? Ja, ja, ja. Und die konnten ja, die Mai-Gehälter haben sie ja nicht zahlen können, die haben sie ja, die haben sie die Zahlen genommen, die sie Ende April gezahlt haben. Sie konnten die Gehälter nicht neu berechnen, weil dieses ganze SAP-System noch aus ist. Das kann Monate, wenn nicht Jahre dauern. Also ich habe gehört, Gießen hat mehrere Monate gebraucht, nach so einem Ransom-Angriff. Ja. Also der scheint aber in die Hose gegangen zu sein, der scheint in die Hose gegangen zu sein, weil eben nicht, das System muss irgendwie, die müssen irgendwie gestört worden sein. Ja, aber an der TU ist im Moment Fratze. Das ist nicht schön. Also man, ich neige dann manchmal so ein bisschen zu Schadenfreude, aber das ist völlig fehl am Platz. Also da kann man wirklich bedauern haben. Du kannst dich davor tatsächlich nicht endgültig schützen. Nein, kannst du nicht. Ja, wie ein Sicherheitsexperte letztens sagte, you are always one click for disaster. Ja. Aber man muss auch, man muss aber eines noch dazu sagen. Also wenn ein Bekannter hat getwittert, den kennt ihr auch, das ist der Lindworm, der Mirko Bitz. Wenn du, wenn du so lange brauchst, dann ist dein Risk-Management einfach im Eimer. Ja, da warst du keine Vorsorge getroffen. Aber welche Firma hat das? Dann ist deine Vorsorge. Welche Firma hat das? Wer hat immer noch einen zweiten Silverschrank da stehen oder Backups irgendwo ausgelagert? Ja, die haben ja an der TU sogar ein zweites, die haben ja ein Backup-Rechenzentrum. Die haben ja in einem anderen Gebäude nochmal ein SAN, ein Storage Attached Network, was gespiegelt ist und alles, totales Backup-Rechenzentrum. Bloß, wenn beide, wenn beide letztlich auf dieses Active Directory zugreifen, dann ist das halt kein Backup-Rechenzentrum. Ja, okay, dann hast du einen Single Point of Failure. Ja, genau, hast du an der Stelle vielleicht in deinem Konzept dann doch irgendwie mit Zitonen gehandelt. Ja, sie haben ja auch zugegeben, dass sie die Struktur ändern wollen und müssen und dass deswegen auch der Neustart so lange dauert, weil sie eben jetzt doch rangehen wollen und das alles mal ein bisschen anders aufbauen wollen. Ja, aber weißt du, ich habe, weil du sagtest Schadenfreude, ich habe auch so zu Anfang zu meiner Frau gesagt, ich schwanke zwischen Schadenfreude und Mitleid. Ja, genau. Mitleid mit den Leuten, die ich gut kenne, wo ich weiß, die stehen jetzt total im Stress. Ja. Aber ein bisschen Schadenfreude, übrigens die zwei Maschinen, die noch in Produktion sind, der List-Server und die Alumni-Mail-Maschine, die liefen die ganze Zeit einwandfrei durch. Das sind meine. Hast du die gehärtet oder was? Nö, die sind halt in der Windows-Umgebung rumgetont. Ja, okay. Ja, sprechen die Sprache des Angreifers nicht. Deshalb geht es dann vorbei. Ja, klar. Also die beiden Maschinen, die waren aber nicht erreichbar, weil der zentrale Mail-Eingang über den Exchange lief. Dass die weiter liefen, gut, die Alumni-Mail-Maschine, okay, das für die Alumni-TU Berlin-Domain, die lief weiterhin durch, die haben gar nichts gemerkt. Beim List-Server, ja, das hätte man auch ändern können, aber hat man halt nicht. Hat man auch nicht bedient. Also auf jeden Fall gibt das ja immer einen guten Hinweis darauf, dass man sich nicht zu leichtfertig in der Sicherheit wiegen darf. Also die Zeiten, wo das Internet von gutem Willen getragen war, so war es ja vielleicht früher mal. Die Zeit ist vorbei. Die ist nun wirklich vorbei. Du musst immer damit rechnen, dass hinter jedem Klick das ist das Desaster. Und auch die netteste E-Mail kann eine ganz fiese Phishing-Mail sein. Also da muss man tatsächlich mit ganz großem Misstrauen rangehen, was ja eigentlich auch so ein bisschen die Stimmung verdirbt. Ich möchte nicht meinen, der will ja nicht Misstrauen entgegenbringen, muss ich aber schon ein bisschen immer haben. Ja, aber wenn du sagst, früher war das anders, natürlich. Also alleine die Tatsache, dass man ein offenes SMTP, also Mail-Relay hatte, das war früher Standard. Wenn ich irgendwelche Probleme hatte, dann habe ich den ausgehenden Traffic einfach dem Kollegen Haber an einer Fraunhofer in Karlsruhe hingeschmissen. Da wusste ich, der schiebt das weiter. Ja, aber das ist halt lange vorbei. Das ist ganz lange vorbei. Ja, da müssen wir auch mit umzugehen lernen. Aber nochmal, auch so eine Entwicklungsfrage, das hast du ja auch mitbekommen. Wir hatten ja, wie du gesagt hast, früher die Struktur Terminals zu haben, also wirklich ein Fernseher mit Tastatur. Aber gerechnet wurde das alles irgendwo weit weg auf einer großen Maschine, weil man die Leistung vor Ort überhaupt nicht hatte. Dann kam diese Dezentralisierung und jetzt passiert ja wieder aus noch nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen so eine Zentralisierung. Jetzt hast du ja im Prinzip ja doch wieder nur so eine Fernbedienung und die tatsächliche Verarbeitung läuft irgendwo und im schlimmsten Falle dann auf US-Rechnern. Du meinst sowas wie die Amazon-Cloud? Wie siehst du, warum glaubst du, ist das so oder wie siehst du da so als Fachmensch so drauf? Ist das ein erwartbarer Zyklus oder ist das vielleicht... Also diese Überlegung zentral-dezentral, alleine innerhalb einer Einrichtung, das ist ein Zyklus, das passiert. Also wir hatten den Zentralrechner, dann kamen die Wissenschaftlerarbeitsplätze, das waren halt im Wesentlichen PCs, das waren so Next-Dosen und Suns und Silicon-Graphics-Maschinen und sowas. Und dann kam aber irgendwann wieder der sogenannte Compute-Server, also so ein Number-Cruncher. Das war dann schon wieder ein Zentralsystem in gewisser Weise. Ja, das was jetzt passiert, ist natürlich auch der Faulheit der Leute geschuldet. Wer also Rechenkapazität braucht oder einen Shop oder sowas, der hat und will nicht das Know-how vor Ort. Das ist auch ein Einkaufen von Know-how. Ja, bevor ich mich jetzt selber... Ja, eben. Ich mache manchmal so Gedankenexperimente. Wenn ich einen Webserver haben wollte, dann könnte ich den ja im Prinzip in meine Küche auf die Küche stellen. Ja, den kannst du natürlich in eine Küche stellen. Ja, kaufst du dir einen Business-Anschluss bei T-Systems, hast du eine feste IP, hast du alles selber. Genau. Und dann raucht die Kiste und ächzt unter wer weiß was für Angriffen und ich muss dann sehen, dass ich diese ganzen bösen Buben und Mädels von meinem System fernhalte und die dicke Leitung glüht auch vor sich hin, dass ich dann sage, für meine Küche ist das irgendwie nichts. Ich lagere das aus zu einem Anbieter, der mir schon genug drumherum Sicherheit bietet und dann kaufe ich im Prinzip diese ganze Dienstleistung, also ich muss mich nicht selber kümmern. Hat natürlich auch den Vorteil, dass der vielleicht, der Anbieter, dann auch dafür sorgt, immer mit den neuesten und besten, the latest and greatest versorgt zu sein, was man natürlich mit seinem Küchentischgerät nicht macht. Das reichst du einmal ein und der bleibt dann zehn Jahre so stehen, üblicherweise. Also ich habe ja lange Zeit meine Mail-Domain selber gehostet auf einem Desktop-PC bei uns im Zimmer, ja, da hatten wir unsere Mails drauf. Ja. Frank, Maria und Steffen, der Sohnemann, wir hatten unsere Mails da, die hatten eine feste IP gehabt und den entsprechenden DNS-Eintrag, dass die Mail für diese Domain eben da hin soll. Ja. Aber irgendwann, irgendwann wurde mir das zu viel, ja. Dann kam auch noch dazu, dass der Zugang über DFN Windshuttle eben eingestellt wurde, okay, ja, dann haben wir uns halt bei einem kommerziellen Mail-Anbieter in einen Account geklickt. Und, ja, halte ich auch nicht für so verwerflich. Nee. Wir werden auch gerade noch mal ein bisschen aufmerksam gemacht vom Schiller, also vom Sascha. Ja. Im Chat. Zentral ist meistens einfacher zu managen, aber zentral ist nicht gleich Cloud. Also da kann man auch noch mal unterscheiden. Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Nee, ich aber. Ich habe das so, ich habe das in einen Topf geworfen. Danke für die Verfeinerung. Ja. Da, das liegt irgendwie nahe, das so zu sehen. Das ist so der entfernte Großrechner. Da ist die, da ist die, die, die Rechenkapazität halt, ja, nee, das ist natürlich nicht, äh, nicht leicht Cloud. Ja. Ja, ob zentral, ja, es ist, ich weiß nicht, ob es leichter zu managen ist. Es gibt ja mittlerweile auch, äh, Handwerkszeug, um, äh, eine dezentrale Rechnerlandschaft ordentlich zu administrieren. Also Configs, also wir haben es ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte, zum Schluss hatte ich vier Mail-Frontends, äh, und zwei Mail-Backends, wo die Boxen drauf lagen und die vier vorne, das waren die Eingangsrechner. Das war auch kein Thema, die gleich zu halten in der Config. Da hattest du ein Config-Deployment, äh, und das, ja, äh, ist die Frage, ob zentral immer ein Rechner heißt, sicherlich nicht. Zentrales Management kannst du mit entsprechenden Werkzeugen heute gut hinkriegen. Wie hast du dich denn damals immer so auf dem Laufenden gehalten von wegen, äh, wie nennt man das denn, diese Vulnerabilities, also wie, wie, wo ist mein System gefährdet? Man liest die, man liest die, man liest die entsprechende DFN-Mailing-Liste mit, und man liest halt auch, äh, andere Medien, äh, damals noch News-Gruppen, das ist sowas ähnliches wie ein schwarzes Brett, wo jedes, jede Ecke einen Namen hat, und da, äh, heftet einer einen Zettel ran, und der andere schreibt die Antwort dazu, so ein bisschen wie ein Billeter-Board-System, äh, können die Jungen ja mal googeln, was das ist. Und, ja, diese News-Gruppen, äh, die waren hierarchisch sortiert, da gab's zum Beispiel die E-Comp, Unix, da trafen sich halt die deutschen Unix-Fans, und dann gab's Old Pictures Adult, da trafen sich andere Leute, die waren auch an den Unis nicht unbedingt verfügbar, die Gruppen, da hat man sich halt informiert, da gibt's... Aber schon aktiv danach gesucht, auch immer, also immer irgendwie so ein Kanal, wo du dann eh regelmäßig reingeguckt hast. Ja, das war normal verfolgt, auf dem sowas, äh, publiziert wurde, ne? Ja, ja. Also dann, dann liest du natürlich, wenn du den, 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 wir hatten den Exim als zentrales Mail-System, als Message-Transfer-Agent, äh, dann, dann liest du natürlich die entsprechende Mailing-Liste mit, ne? Ne, damit du über, über Schwachstellen oder Patches informiert wirst, damit du, äh, Konfigurationstipps anderer mitkriegst, da hab ich oftmals was mitgekriegt, ey, ach, das hat der so gemacht, ach, das ist ja toll, da kannst du ja, dein Fall ist ja so ähnlich, da kannst du das ja auch, ja? Immer, also da, immer, immer das offene Auge auf diverse Stellen und ab, und da halt eben auch die Erfahrung anderer aufgreifen, das war sehr hilfreich. Jetzt mal, äh, um, um, um mal den Bogen in die, in die Gegend war zu schlagen, wenn ein, äh, ein, äh, eine Entwicklerin oder ein Entwickler bei Luca so gearbeitet hätte, dann hätte doch dieses, äh, dieses, äh, nicht Escapen von Komma eigentlich gar nicht passieren dürfen, ne? Man, Linus hat doch auch irgendwie so eine Zehn, Zehn-Punkte-Checkliste genannt, die so das kleine Einmaleins gehört, irgendwie so, ne? Ja, das sind so ein paar Sachen, da, da, also, das ist ja auch, da, da kommt ja auch bei, bei Linus so dieses gesamte, gesammelte Unverständnis zutage, weil das kann man sich nicht erklären, dass sowas passiert, ja? Ja, das, das, das ist so absurd, ich meine, man kann mal einen Programmierfehler machen, man kann mal irgendwo eine Abfrage falsch formulieren, das geht ja alles noch durch, aber das sind so grundsätzliche Sachen, die die da verkackt haben. Ja, äh, ja, was anderes fällt mir da nicht als Begriff ein, also, das ist, das ist wirklich schön. Und wie gesagt, das Schlimmste, dass die da der Unsumme Geld eingestrichen haben, man hat manchmal den Eindruck, das ging denen auch nur ums Geld, ne? Die haben ja auch von vornherein gesagt, dass, dass dieser Ansatz eben auch später mal für Großveranstaltungen und Ticket und sowas, vielleicht war Luca wirklich nur das Finanzmodell, das Finanzierungsmodell für anderes, ich weiß es nicht. Ach, man muss ja nicht sagen, dass sie jetzt quasi planmäßig eine Betrügerei da gemacht haben, ich denke schon, dass sie versucht haben, was Gutes zu machen, aber eben das Gute mit dem Angenehmen, das Nützliche und das Angenehme für sie selber auch verbunden haben. Also, ja, ich will ihnen da auch keine kriminelle Energie unterstellen, um Gottes Willen. Nein, das wäre, glaube ich, falsch. Aber es ist wirklich, ja. Ich wollte mal den Sebastian fragen, ob du hast auch so Standardquellen, wo du, wenn du morgens dich an den Arbeitstisch setzt, dann erstmal so reinguckst, so nach dem Motto, worauf werde ich denn heute hingewiesen? Gehört das auch zur Routine bei dir? Ja, ich habe so ein paar Standard-Security-SS-Feeds, die aufpoppen, die ich dann morgens konsumiere. Meistens tun aber die meisten Nachrichten eher so im Laufe des Tages ein. Wenn die Amis aufwachen. Ja, oder wenn Heise aktiv wird oder so, das dauert ja dann meistens ein bisschen, also Golem, Heise und sowas, die haben meistens Security-spezielle Sachen mit drin oder ja, auch ein paar andere englischsprachige Sachen habe ich abonniert. Das hilft schon, um sich so einen groben Überblick zu verschaffen. Und ansonsten sieht man es sowieso dann an den Updates, also die Systeme, wenn die Updates dann reinkommen, dann kann man da auch nochmal durchgucken, ob da irgendwas dabei ist, was jetzt irgendwie interessant sein könnte und vielleicht mehr Aufmerksamkeit benötigt, damit es schneller eingespült wird. Ja, ihr schreibt gerade in einem Chat, ich gucke aber in den Chat, Standardquelle, blogfefe.de in Kombination, benutzt hier jemand, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber, also ich bin, wie gesagt, immer noch auf dieser DFN-Cert-Liste. Die Patches, die sagen, also es gibt hier für ImageMagic ist eine Lücke bekannt und Patches stehen zur Verfügung für Ubuntu und CentOS und Red Hat und sowas. Da bin ich immer noch drauf und ich versuche auch meine Systeme hier, ich habe ein Desktop-System, das ist ein Fedora 33, das soll in den nächsten Tagen noch ein 34er werden und ein Laptop unter Fedora, also die versuche ich schon aktuell zu halten. Obwohl die eigentlich dem, die sind ja nicht von außen erreichbar und sind nicht an den Angriffen ausgesetzt, denen andere Institutionen auch ausgesetzt sind. Also ich meine, ich habe nach außen hin, habe ich einen SSH-Port auf einer nicht üblichen Nummer offen, damit ich von außen und von unterwegs mal reinkomme, aber mehr ist da auch nicht. Insofern ist das Angriffspotenzial bei mir sehr gering oder der Angriffsvektor ist praktisch nicht vorhanden. Aber es interessiert mich halt schon, was so Software, die ich verwende, für Schwachstellen hat. Also gerade so ImageMagic, da wache ich dann schon auf und sage mir, okay, dann kriegst du irgendwann mal ein versifftes Bild zugeschickt. Das willst du nicht haben. Das BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist das auch eine Quelle oder ist das eher so verschnafen? Ach ja, Martin, das ist für mich ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, dieses BSI. Warum? Weißt du, am Tage, als die, die Neuen den Staatstrojaner durchgewinkt haben, an dem Tag, hat das BSI in seiner Ausprägung Bürgerzerrt vor Trojanern gewarnt. Ja, also da rollen sich mir die Fußnägel auf und das BSI hat ein Problem, das BSI ist nicht unabhängig. Das BSI untersteht dem Innenministerium und Linus hat auch vor langer Zeit immer wieder darauf hingewiesen. Und die, die, ich will ja nicht sagen, dass die am Staatstrojaner mitprogrammieren, aber ja, alleine die Tatsache, dass die eben am Tag, als der Staatstrojaner durchgewinkt wird, vom Trojaner warnen, das zeigt schon das Dilemma, in dem auch das BSI ist. Das ist ein Dilemma, ja, die, die sind zwischen Baum und Borke in gewisser Weise. Aber als, als, ja, als Quelle von Warnungen, ja gut, kann man sie wahrscheinlich schon nehmen, aber die Frage ist eben, ob sie auch wirklich vor alle Schwachstellen, ja, ob sie nicht Schwachstellen zurückhalten, weil der Staatstrojaner sie braucht, ne? Ja. Das ist die Frage. Ich wollte nur mal so fragen. Also ich habe da ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zum BSI. Grundsätzlich finde ich das toll, im Bundesamt für die Sicherheit, ja, aber bitte, dann macht sie wirklich unabhängig, ordnet sie, packt sie dann vielleicht zu irgendwelchen, ja, schließt da mehrere Leute zusammen, packt da TTSystems, DFN und andere Provider zusammen, dass die für die Sicherheit sorgen, dass da Kompetenz gebündelt wird. Das kann ich mir alles vorstellen, ja, das ist also so eine übergeordnete Institution, die verglichen, ja, wie die Länder, die Länder der ZDF im Prinzip betreiben oder stützen, dass man sowas hat, dass eben kompetente Institutionen dieses BSI, dieses Bundesamt dann beschicken oder finanzieren so eine Dachorganisation sich schaffen. Das, ja, könnte man in die Richtung, würde ich denken. Aber beim Innenministerium, das ist einfach blöd, ja. Ja, ich habe deswegen gefragt, weil der Sascha schreibt hier im Chat und das hat Sebastian auch erwähnt, die Quelle Heise beispielsweise, der Verlag, ein Fachverlag, dass man da am Heise-Ticker mitliest. Ich mache das auch, weil ich verstehe zwar die Hälfte der technischen Aspekte nicht, aber manchmal sind ja auch einfach so juristische Entwicklungen oder was auch immer, werden da ganz gut erklärt oder man kriegt überhaupt mal einen Hinweis darauf, dass sich irgendwo was tut und kann dann da entsprechend weiter gucken. Ja, also Hinweise auf juristische Fallen finde ich auch ganz interessant. Aber ich finde das, ich finde es irgendwie so ein bisschen nur zweitgut, die Informationen über wichtige technische Gefährdungen dann so einem Fachverlag zu überlassen und das nicht vielleicht dann doch über sowas wie BSI in so eine Art behördliche Struktur zu gießen. Also ich mag den Heise, alles was da rauskommt ist irgendwie nett und es gibt ja auch einen tollen Podcast über Datenschutz und die CT-Uplink-Podcaste sind auch toll, ich höre da gerne rein, aber es ist halt ein Verlag, der eigene Schwerpunkte setzt. Ja, aber du bist aber darauf angewiesen und nutzt ihn gerne, weil du nichts anderes bundesweites hast. Ja genau, das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen irgendwie. Das BSI wäre ja eigentlich eine gute. Ja, aber da kommt halt die Zweischneidigkeit dieses Schwerts für mich zum Tragen. Wir haben keine unabhängige Institution oder auch Geflecht von Institutionen, die sich darum kümmern. AG Kritis ist wieder was anderes, die kümmern sich halt um kritische Infrastruktur und ihre Angreifbarkeit, das ist wieder ein anderer Level. Aber, ja, du hast recht, es gibt, hm? Ja, ich finde das interessant, dass mein Gedanke, der mir gerade so hoch poppte, dass du den teilen kannst so unmittelbar, das ist gut. Ja, ja. Wir müssen, glaube ich, mal so ein bisschen aus dieser Nerd-Ecke wieder rauskommen. Ja, rauskommen. Ich habe so Signale bekommen, dass hier so eine Bisamratte durch den Sendegarten gelaufen ist und da muss man auch entsprechend reagieren. Außerdem haben wir ja jetzt auch schon 22 Uhr und so ganz langsam. Ja, und du bist ja sowieso heute mit gebremstem Schaum unterwegs, wie du sagst. Ja, ich wundere mich, dass mich das Gespräch mit dir so positiv, energetisch auflädt. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute noch was mit mir wird hier, aber irgendwie, ich öle vor mich hin, aber ich habe trotzdem Spaß am Gespräch, das ist schön. Hätte ich nicht erwartet. Das ist toll, aber wir wollen trotzdem so ganz langsam vielleicht mal gucken, dass wir hier vielleicht einen kleinen Cut machen, dann komm doch lieber in einem Jahr nochmal wieder und dann gucken wir, was mit dem derzeit dann passiert ist. Ja, okay. Der Hinweis auf den Podcast mit der Geschichte, der passt zu einem anderen Zeitpunkt, bei den Setzlingen oder bei den Blütenschätzen. Ja, ich weiß nicht genau, was ihr unter Blütenschätzen und was ihr unter Setzlinge versteht. Ich auch nicht. Es sind doch beides Kategorien, wo neue Podcasts vorgestellt werden oder auf welche hingewiesen werden. Nee, Blütenschätze kannst du, das muss nicht neu sein. Das ist etwas, was dir aufgefallen ist. Nee, dann eher Setzling. Wenn es um was Neues geht, dann eher ein Setzling. Es ist was Neues. Ja, genau. Jetzt zum Beispiel, Vera hört ja, ähm, äh, äh, Bitte? Wie, äh, wie, äh, wie, äh, Balkonur nach, wie Adis. Adis Balkonur. Auf Distanz groß Balkonur, so, genau. Das hörst du ja gerade nach und das ist ja jetzt kein Setzling, aber du könntest da aus dem Blütenschatz machen. Das ist ein Schatz. Ein Schatz, richtig. Genau. Ja, könnte man auch mal wieder hören. Bist du jetzt schon am Ende da? Ich hab's auch nicht verfolgt jetzt. Er sagt, sag mal eben, Vera. Ich hab, muss zugeben, dass ich, ähm, wo bin ich denn jetzt? Ich bin bei der, ähm, Frage-Antwort-Folge hängen geblieben und habe bisher nicht weitergehört, weil ich dann andere Sachen wieder gehört hab. Aber die vor Ort folgen, hab ich alle durch. Nochmal. Okay. Die legendäre Geschichte, wo der Peter in der Buran eingeschlafen ist. Genau. Und, äh, Balkonsitzen und der Staat und, ja, ja, war wieder schön. Ja, ich muss es nochmal hören. Fällt mir ein, Vera, bei dem, was du erzählt hast, man muss es nochmal hören. Ja, es ist genauso heimelig und schön wie beim ersten Mal hören. Also es ist, ähm, es ist nicht gealtert. Und es wird, es wird auch wieder die Szenen geben, die einem wirklich zu Herzen gehen und wo man sich den Pipi aus den Augen wischt. Genau. Ja, also, es, ja, Begeisterung. Schlicht und ergreifend war ich, es war ein Erlebnis einfach, was die da abgeliefert haben. Ja, großartig. Ja, ja, ich hab also nur die, die Folgen live nachgehört, sozusagen drei Jahre später, die dann vor Ort waren und die Meta-Folgen und, äh, und sowas. Die Nachfolger-Folgen, da hab ich dann nicht mehr so intensiv gehört, muss ich sagen. Also ich weiß, dass es mir damals, äh, wirklich nahe, streckenweise sehr nahe ging. Und, äh, ja, das kann man sich mal wiedergeben. Hm. Also für alle Hörerinnen, die jetzt nicht wissen, worüber die Rede ist, ähm, es geht um den Podcast Auf Distanz, Groß Baikonur. Ähm, das heißt, das ist die, äh, Begleitung des Staates, der zweiten Expedition von Alexander Gerst, unser europäischer Astronaut, ähm, Staat in Baikonur in Kasachstan. Und da ist der Lars hingefahren und hat noch zwei Leute mitgenommen, oder einen Leute mitgenommen, einen Leute unterwegs aufgegabelt und der ist inzwischen zum Freund geworden. Ähm, ähm, das war eine total schöne, ähm, ja, ein Road-Movie, könnte man fast sagen. Also ein Road, nicht Movie, nicht natürlich. Ein Road-Podcast. Ja, ja, ja. Road-Audio, irgendwie so. Road-Audio, genau. Die Geschichte ist entstanden und es war, es war so, dass im Prinzip Lars es geschafft hat, ich weiß bis heute nicht wie, das bleibt auch wahrscheinlich dein Geheimnis, Lars, ähm, quasi innerhalb von 24 Stunden was zu erleben, ähm, es zu besprechen, es zu schneiden, es zu veröffentlichen, ähm, sodass man quasi jeden Tag hier zu Hause mitfiebern konnte, was denn da gerade irgendwie 6000 Kilometer oder ich weiß nicht, wie weit das weg ist, passiert ist. Ähm, das war halt seine eigene Dynamik. Das Ding ist nicht, das Ding ist nicht nur inhaltlich irrsinnig gut, äh, man muss auch, äh, wenn man sich mit Podcast beschäftigt, anerkennen, was du gerade gesagt hast, äh, wie das, wie das Ding auch in die Öffentlichkeit gekommen ist, ne, wie die geackert haben, äh, ja. Ja, das Ding ist rundum einfach, ja, super. Mir fehlt, also mir, ich halte es da mit Herrn Klein, mir fehlen im Moment die Adjektive. Ja, und Lars, was sagst du zu der Loophudelei? Kannst du damit umgehen? Äh, eher schlecht. Ja, das habe ich mir getan. Also, äh, die... Nimm es einfach hin, sag nichts dazu, ist okay. Okay, danke. Ja, ich weiß, es ist immer schwer. Ich habe da noch einen Bibelspruch, Lars, und bewegte es in seinem Herzen. Oh, ne? Ja, aber ich möchte da noch mal hin, glaube ich. Kann ich verstehen, ja. Willst du jetzt nicht lieber nach, äh, ähm, da, wie heißt denn das jetzt, wo die große, dicke Rakete startet, Boca Chica nach Texas? Oh, da würde ich natürlich auch wohl hinfahren, aber erst mal, äh, ist die Idee im Raum Cape Canaveral, also, äh, die, die steht im Raum. Da muss man mal gucken, wie das so wird mit Pandemie und so. Auf historischem Boden. Genau. Ja, gut. Wird ja, wird ja wieder ein deutscher Astronaut, also ein europäischer Astronaut mit, äh, einem deutschen Pass, so sagt das, glaube ich, Jan Wörner aus, ähm, ähm, äh, wird ja, wird ja diesen Herbst starten und, äh, ist, äh, die Idee ist im Raum, äh, von dort auch zu berichten, aber... Die Lage ist unübersichtlich. Das ist dann Matthias Maurer, oder? Matthias Maurer? Genau, ja. Auf des Cans goes Canaveral. Aber, äh, das würde ich gerne tun, ja, das, äh, darauf werde ich auch erst mal hinarbeiten. Bei Matthias Maurer werde ich nie vergessen, ich habe eine Doku über ihn gesehen, wie er da so, so Trainingseinsätze in diesem großen Wassertank, das man gemacht hat, da auch mit so einem, also quasi den Außeneinsatz auf der RSS geübt hat. Und die sind immer mit so einer, ja, beim Hund ist das so eine Wickelleine, also mit so einem Apparat, äh, mit so einem ganz langen Draht irgendwie mit, mit so einem, mit so einem, mit so einem Sicherungsposten, äh, Punkt verbunden. Also sollten sie mal loslassen und ins All abschwirren, dann werden sie über diese Wickelleine wieder eingesammelt. Und er hat sich auf seinen Bewegungen immer wieder verheddert in dem Ding, weißt du, hat halt um die Beine herum und so, also wie so ein Hund, der, ne, wenn du mit so einer Wickelleine unterwegs bist, dann musst du ja auch manchmal das Bein wieder aus der, aus der Leine raus friemeln. Also das sieht man ja häufig und so, und, äh, das war sozusagen sein großes Problem, dass er sich in der Wickelleine nicht total verheddert. Und ich bin so neugierig auf den echten Weltraumausstieg, den er irgendwann mal vielleicht, äh, machen wird, ob er das inzwischen gelernt hat. Und du wirst darauf warten, dass er sich da drin verwickelt. Gib's zu. Du wartest darauf, dass er sich verheddert. Das ist so böse von, das ist so böse von mir, aber das war, das war wirklich so, also, ne, du, also, wahrscheinlich kann er alles. Er kann wahrscheinlich, äh, äh, alles aus dem FF, aber er hat halt eine, eine Schwäche, nämlich diese Wickelleine. Das ist so, das ist ein Kryptonit. Das ist, der Gedanke ist einfach zu niedlich. Dass er sagt, Houston, I've got, I've got a problem. Naja. Wir hatten ja gestern noch einen Ausstieg und da gab's tatsächlich auch Probleme. Da war irgendwie die, äh, Schalltafel auf einem der Anzüge hat nicht richtig funktioniert. Und irgendwas mit der Kühlung hat auch nicht funktioniert. Haben sie eine ganze Stunde verloren, weil sie einfach gesagt haben, halt, wir brechen hier ab. Wir stellen erstmal sicher, dass wir die Leute nicht in Gefahr bringen. Das war für die Arbeit nicht schön, aber für die Sicherheit gut, muss man einfach sagen. So, wir machen jetzt hier auch, äh, auf sicher und, äh, machen sicher jetzt mal die Gartenbank zu. Ja, mach mal. Und, äh, danke, ich möchte dir noch mal herzlich danken, Frank. Auch, dass du so spontan letztes Mal auch angeklopft hast und gesagt hast, hier, ich hab schon Lust, mich mit euch auf die Gartenbank zu setzen. Spricht ja auch für uns. Und hier Mikrofon und Interface. Du hast uns damit auf jeden Fall eine Ehre. Nee, dazu kommt auch, dass ich, dass ich eure Runde halt einfach toll finde. Muss ich mal auch sagen, macht einfach Spaß. Danke. Ja. Das sind auch nur tolle Leute hier. Ja, klar. Und mit Vera haben wir noch mal dazu gewonnen. Ja, das, ja, das, das wurde ja schon häufiger gesagt, dass das ein Zugewinn ist. Ja. Also, ich sag's jetzt auch noch mal. Vera, du tust dir das ja nur gut. Was Vera wundert. Okay, dann lass uns mal gucken. So, mach doch mal jetzt das nächste Kapitel. Genau. Haben wir denn überhaupt was im Querbeet? Oh, jetzt, da steht ja gar nichts. Dann müssen wir spontan, ich hab noch eine Idee, was wir ins Querbeet machen. Okay, wir kommen ins Querbeet. Danke, Frank. Ich muss lachen, denn wir hatten heute Nachmittag eine kleine, äh, also wir haben so einen Redaktionskanal und da werden manchmal so Informationen ausgetauscht. Und zum wiederholten Mal machte Lars, jetzt ist ja die Beine, Ralf zu dem, fassen. Mit deinem Namen hab ich's aber echt. Machte Lars uns darauf aufmerksam, dass er zu einer Umfrage unter Podcastern oder Podcasterin eingeladen wurde. Und dann hab ich gesagt, er könnte diesen Rand, den er da ausgesprochen hat, ja vielleicht heute Abend auch nochmal live machen. Hast du Lust dazu, Lars, oder ist dir das nicht so richtig wohl? Es ist mir eigentlich nicht wirklich geheuer, aber wenn du jetzt schon so, so anteaserst, um was es geht, warum hab ich mich geärgert? Ich hab eben mehrere Projekte im Netz, davon sind nicht alle regelmäßig bespielt, aber es gibt eben fünf Podcast-Projekte. Und tatsächlich hat jedes einzelne Podcast-Projekt eine E-Mail bekommen für eine wissenschaftliche Arbeit, doch bitte an einer Umfrage teilzunehmen. Und davon nicht genug. Nach ein paar Wochen kam dann auch noch eine Erinnerung an eine Umfrage, für die ich mich nie interessiert habe und von der ich nie was wissen wollte. Und auch bereits zuvor unangeforderte E-Mails und unerwünschte E-Mails erhielt. Und das nervt mich. Und ja, das ist eigentlich schon alles. War das jetzt bei der zweiten Ansprache nochmal eine andere Person? Nee, unterschrieben in Anführungszeichen war es mit dem gleichen Namen. Witzig war noch, dass in der zweiten Mail die URL zu der Umfrage offenbar personalisiert war. In der ersten Mail hatten alle E-Mails, also alle URLs in den unterschiedlichen E-Mails die gleichen, waren die URLs identisch. Und in der zweiten Mail waren tatsächlich Parameter jeweils da dran, die offenbar die Sache unterscheidbar macht. Was ich dann noch auf eine ganz eigene Weise ein bisschen fishy finde. Allerdings, ja. Von daher schickt mir keine Anfragen für wissenschaftliche Arbeiten per E-Mail. Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ungewünschte E-Mails, die im Prinzip über eine Massenkanone rausgeballert werden, sind für mich einfach unerwünschte E-Mails, die über eine Massenkanone rausgeballert werden. Auch wenn ich wissenschaftlich interessiert bin und unter anderen Umständen vielleicht aufgeschlossen wäre, sowas mitzumachen. Wie zum Beispiel regelmäßig, wenn im Sendegate gefragt worden ist, habe ich daran mit Freuden teilgenommen. Wenn man mich aber zu spammt, und das ist nichts weiter als Spam, dann muss ich sagen, okay, ihr seid im Prinzip eher auf der schwarzen Liste bei mir. Obwohl ich habe heute, also zumindest heute habe ich auch diese Mail bekommen von einem Herrn Doktor so und so, wo ich dann auch dachte, ach guck mal, wie wichtig jetzt der Doktortitel plötzlich ist, dass ich plötzlich dann doch teilnehme irgendwie. Und habe mir das mal so ein bisschen auch aus der Perspektive angeguckt, was würde ich denn meinen Kolleginnen, wenn die jetzt eine Umfrage machen würden, sowas empfehlen oder nicht. Und wenn ja, du musst ja dann datenschutzrechtliche Pflichtinformationen und etc. mitgeben. Und mit dem Blick habe ich da drauf geguckt und muss schon sagen, das war alles solide. Also die hatten so schön unten so einen schönen Footer, da waren in wirklich fünf Zeilen oder so die wichtigsten Sachen reingedampft, wo ich schon überlegt habe, das könnte ich mal klauen. Das war nicht schlecht so. Aber ich verstehe auch, dass du sagst, ich möchte da nicht so zugeworfen werden. Wenn ich fünf Projekte habe, will ich nicht zehn Mails dazu bekommen. Das ist nicht notwendig. Und ich möchte über meinen, den Eingangskanal auch irgendwie so ein bisschen selber verfügen können. Ja, verstehe da. Ich habe da eine Anmerkung zu. Ich habe da eine Anmerkung zu. Ich weiß aus meiner Zeit als Postmaster, dass oft Anfragen kamen, wie kann ich denn an der TU viele Leute erreichen? Ich mache da so eine Studie oder so. Die haben teilweise, hat die Studentenschaft einfach auch das Problem, eine Testpersonen Klientel zu kriegen, ne? Ja, ja. Und das ist wirklich haarig. Die fragten, dann gibt es denn da nicht bei euch eine Mailingliste, wie ich alle Studenten erreichen kann? Oder könnt ihr mir nicht sagen? Und andererseits eben auch Studenten der TU, die dann fragen, wie kann ich denn möglichst viele Leute erreichen und sowas, ne? Also die Problematik sehe ich schon, aber ich kann auch verstehen, dass der Lars hier nervt ist. Ja, genau so. Ich muss noch mal eben ein, zwei Dinge dazu sagen. Also was sie da unten drunter stehen haben in der Mail, Martin, ja, da geht es eben darum, wo haben wir die Mailadresse her und wie sieht das aus mit dieser Umfrage? Die erfolgt anonym und bla 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 und wir machen nichts mit den Daten, bla bla bla. Dennoch, es ist zwar jetzt die erste Studienteilnahme von einer Uni, die mich jetzt im Prinzip an jede Mailadresse, jedes Podcast, den ich habe, erreicht hat, aber wir haben eben in der Vergangenheit auch schon mehrere Studien gesehen. Und wenn jetzt alle Podcaststudien anfangen, Mails zu verschicken, dann wird es aber nervig. Es war jetzt schon nervig. Deswegen, auch wenn die formal alles richtig machen, ich glaube, sowas ähnlich ist heute schon mal irgendwie gefallen bei einem anderen Thema. Man muss nicht alles machen, was man machen kann. Ja, das stimmt. Und das mit dem Anonymisieren, das kriegt ja schon, ich sage mal, ein Eselsohr, wenn du sagst, die waren dann im zweiten Durchgang mit Parametern versehen. Ja, hoppla, jetzt habe ich mich gemutet. Ja, warum auch immer. Also die Parameter waren in der ersten Mail alle gleich, in der zweiten alle unterschiedlich. Tja. Also es kann trotzdem beides stimmen. Ja, es kann trotzdem beides stimmen, aber so der erste Eindruck, den ich davon bekomme, ist so, hm. Also zum Beispiel, eben erwähnt, bei einer Institution, die zum Beispiel regelmäßig Studien machen, da geht es um Verkehrsstudien, um motorisierten Individualverkehr, um autonomes Fahren und so weiter, da habe ich mich bewusst auf eine Liste nehmen lassen und lasse mich von denen, nachdem ich Opt-in genutzt habe, für Studien anschreiben und mache dort eben auch regelmäßig mit. Aber dieses, ich hätte was gesagt, diese Kalterquise oder wie man es nennt, da einfach mal aus der großen Kanone rausballern, nee, damit bin ich nicht zufrieden. So, aber dann können wir auch gerne von meiner Seite aus den Deckel drauf machen, ich habe sowieso schon viel mehr dazu gesagt, als ich eigentlich wollte. Ja, ich habe dich verleitet, Entschuldigung. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie sind die an all diese Adressen gekommen? Hat da irgendeine arme studentische Hilfskraft das FÜT-Verzeichnis durcharbeiten müssen und jedes Angebot anklicken und dann die Impressumsadresse daraus fischen müssen? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, das, sagen wir mal, automatisiert zu machen, so wie Dick Prims da irgendwie das Apple-Podcast-Verzeichnis gescrapt hat? Kann man sowas vielleicht auch sagen? Wenn ich mal raten soll, würde ich sagen, dass sie vielleicht aus Feeds was genommen haben. Würde ich auch so sagen. Dann Info-Ad oder Mail-Ad? Ja. Ja, ich meine, der Max Schneider schreibt hier gerade ein Zitat. Ihre E-Mail-Adresse stammt aus öffentlich zugänglichen Informationsquellen zu Ihrem Podcast. So ist das, genau das steht wörtlich in der Mail. Hat er auch bekommen, offenbar. So und. Ja gut. Das Netz war groß. Also das Fangnetz. Also es gibt eben das iTunes-Owner-Feld im Feed. Und das ist bei mir eben auch ausgefüllt. Und das heißt, das könnte man maschinell durchlaufen lassen. Wenn man sich einen Haufen Feeds nimmt und eben das iTunes-Owner, also im iTunes-Owner-Element im Feed gibt es iTunes-E-Mail und da steht eine Mail-Adresse drin. Zumindest bei mir. Aber wir sind uns einig, das ist nicht die feine englische Art. Nee. Lieber irgendwo Plakat aufhängen im Sendegate oder so und sagen, hier wir suchen oder vielleicht auch empfehlen lassen. Einige Umfragen sind ja hier auch quasi von Hand zu Hand per Mundpropaganda weitergegeben worden. Aber diese Kaltakquise, wie du sie nennst, was ja sehr zutreffend ist, das ist schon eher nervig. Und vor allen Dingen, wenn du dich nach Erstansprache nicht gerührt hast, dann ist das ja ein Signal, dass du dich nicht dafür interessierst, dann den Leuten nochmal nachzulaufen. Das ist schon dreist. Das ist dreist. Noch ein drittes Mal, dann wird es langsam wirklich, ja. Also ich finde den zweiten Schuss, sozusagen die erste Mahnung, finde ich schon ganz schön hart, ja. Ja, das wird ja auch gerade kolportiert im Chat. Dass man sozusagen, wissenschaftliche Umfrage, erste Mahnung, sicherlich ist es ihre Aufmerksamkeit nur entgangen. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass in der ersten Mail irgendwie noch irgendeine Art Gewinnspiel drin war, um die Leute irgendwie zur Teilnahme zu verführen. Da bin ich jetzt aber gerade, da müsste ich jetzt tatsächlich mal eben nachgucken. Hat dich wahrscheinlich nicht interessiert, weil der Gewinn dich nicht interessiert hat. Nein, man kann mich mit einem Gewinn nicht verlocken an der Stelle. Entweder mache ich das aus Überzeugung. Also ich bin durchaus Konsument und wenn mir jemand irgendwie ein technisches Gadget vorstellt, kann es durchaus sein, dass ich einen haben wollen Impuls verspüre. Aber, sagen wir es mal so, da kommt jemand mit irgendwas und will was von mir. Das ist erstmal, und wir wollen immer noch was von dir. Nee, irgendwas klappt so. Ach ja, zudem verlosen wir unter allen TeilnehmerInnen am Ende der Umfrage zehn Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro für einen Online-Buchhandel. Ich sage jetzt nicht welchen. Und übrigens, die Teilnahme an der Verlosung ist freiwillig. Da hat man aber Glück. Nun denn? Ja, das sind gesetzlich geforderte Informationen. Ja, da denkst du auch manchmal, haltet ihr mich für doof? Ja. Aber gut, ich verstehe deinen Ärger sehr gut. Im Chat wird als Preis ein Dreieck mit Vier-Ecken ausgelobt. Das finde ich sehr gut. Ey, Martin, wenn du sowas als Chance siehst, da machst du natürlich mit, ne? Ist klar, willst du da haben? Ein Dreieck mit Vier-Ecken will ich haben. Und einen Einkaufsgutschein für 25 Euro bei irgendeinem Buchhändler unbedingt auch. Brauche ich unbedingt. Und den Quelltext der Luca. Naja. Mit Autogramm von Zumudo, genau. Ach, Mann, 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 ja. Ach, ist doch gut, dass wir drüber lachen können. Nimm es nicht zu ernst. Ich hoffe, dein Ärger ist wieder langsam verraucht, Lars. Ja, es wird gleich wieder irgendwas besser. Oh, ich hätte es vielleicht doch nicht ansprechen sollen. Alles gut. Oh, ja, ja, ja. Alles gut. Ich erinnere mich über die, nicht über dich. Also, ja, aber ich habe es wieder, du hattest es schon verdrängt und ich habe es wieder hochgeholt. Naja. Aber ich fand es einfach interessant und doch auch mal ein Wort wert. Also, Menschen, die das jetzt vielleicht auch hören und sowas wie eine wissenschaftliche Umfrage vorhaben. Also, erstens muss Podcast nicht unbedingt jetzt, also, das neue Ding erforscht werden. Man kann es auch einfach nur nutzen und genießen. Aber gut, ich verstehe auch, dass die Leute da... Es ist ja vollkommen okay zu forschen. Ich finde es nur blöd, auf diesem Weg zu fragen. Also, ne, das ist wichtig. Genau, die Ansprache. Die Ansprache war es. Richtig, richtig. So, haben wir sonst noch was im Querbeet? Irgendeine Sache, die passiert ist, irgendwas Technisches. Also, du hast ja, Lars, ein neues Studio, aber da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ja, wenn das alles so kommt, wie wir das geplant haben. Ja, es ist, also, technisch ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Das kann ich schon mal spoilern. Aber, naja, mal gucken, was du mich denn dann fragst nächstes Mal. Ach, äh. Ja, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht. Das ist ja spontan. Und wir bekommen ja dann hoffentlich auch Unterstützung. Und dann können wir ein bisschen fachsimpel. Ich hoffe, Vera wird es dann nicht wieder zu langweilig. Und es passt nicht. Komm, laufen nicht wieder zu viele Bisamratten durch den Garten hier. Da müssen wir mal gucken. Ist das irgendwie... Also, soll man was verraten, warum wir von Bisamratten reden? Oder lassen wir es einfach offen? Nee, komm, erklär mal. Das ist unschäftig. Es wäre schon fair, es zu erklären. Ja, ja, ja. Erklär mal, Vera. Was hat es damit auf sich? Also, das mit den Bisamratten ist ja irgendwann irgendwo, ich weiß gar nicht wie, aufgekommen, dass sich mehrere uns bekannte Podcastende über Technik-Kram unterhalten haben und irgendwann das Safe-Word Bisamratte ins Leben gerufen worden ist. Es gibt Menschen, die es besser beschreiben können. Aber seitdem ist es so, dass Bisamratte für mich und auch andere das Wort ist, wenn es einfach zu detailliert, zu technisch, zu nerdig wird, dass man Bisamratte sagt. Und dann hören die anderen hoffentlich auch zu sehr. Nee, ich habe eben vorhin, als ihr euch da... Ich weiß nicht mehr, über was ihr euch unterhalten habt, weil ich einfach irgendwann weggeschwiffen bin. Weil ich aber auch müde bin. Das ist vielleicht auch noch... Naja. Freibadmüde. Was ist bitte Freibadmüde? Ich war heute im Freibad... Hast du heute Pommes gegessen und in der Sonne gelegen, oder was? Ich habe heute leider keine Pommes gegessen. Ich habe Brötchen gegessen. Es gab sehr viel Proviant und deswegen habe ich dann heute vernunftsmäßig auf Pommes verzichtet und habe nur an Eis gegessen. Und ganz viel anderes Zeug. Genau. Also Freibadmüde ist... Müde vom Schwimmen und von der frischen Luft und von der Bewegung und... Ja, okay. Ja, so. Das ist aber eine schöne Müdigkeit. Eine wohlige. Genau, nach dem Schwimmen bin ich immer so wohlig müde, genau. Und das ist jetzt dann noch ein bisschen verstärkt worden durch euer Gespräch. Also es war nicht langweilig. Ich bin einfach nur so ein bisschen... Ihr habt mich eingesäuselt so ein bisschen. Es war nicht langweilig, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, ich verstehe das. Es spricht nur eine Müdigkeit aus mir, kein Desinteresse an mich. Nee, das kann ich sehr gut verstehen. Also mich interessieren auch manche Dinge überhaupt nicht. Bisamratte gesagt. Bisamratte gesagt und gefragt oder nee, eigentlich ja. Geschrieben, ja. Geschrieben. Auf geheimen, geheimen Kanälen. Genau. Es ist ja nicht so, als hätten wir nur einen falschen Kanal. Wir haben ja mehrere falschen Kanälen. Nein, das ist der richtige Kanal. Wir haben auf jeden Fall mehrere Kanäle. Und manchmal ist es schon schwierig, die auseinanderzuhalten. Also da, wenn es dann klingelt und bimmelt und ich... Es war so, es wurde was angezeigt hier. Ich sagte, Vera hat geschrieben, ah, dann gucke ich mal eben. Was haben wir nicht gefunden, hier nicht gefunden. Das ist total witzig. Wir können... Also ich habe heute noch mit einer Kollegin gesprochen. Also die war auch aus der EDV und die hatten im Laufe der Zeit, haben wir hier so ein Chat und da ein Ticketsystem und hier bekommen dann Aufträge per E-Mail. Und sie sagt, das ist mir alles zu viel, sagt sie. Ich möchte bitte einen Kanal haben, wo auch meine Aufträge aufkommen. Ich habe gesagt, ich mache da und da nicht mehr mit. Habe ich echt den Hut gezogen, zu sagen, das ist mal konsequent. Sie sagt, ich kann einen Kanal gut überblicken, den bitte bespielen. Da nehme ich Aufträge entgegen, schmeiße mich nicht von allen Ecken zu. Das kriege ich alles nicht mehr unter einen Hut. Ja, das ist mal eine Position, fand ich gut. Ja, sehr gut. Muss man aber erstmal den Arsch in der Hose haben, das dann auch in der Firma so zu sagen. Respekt, Respekt. So. Bevor du jetzt das... Ja. Ja. Ja, bitte. Ich glaube, du meinst das Gleiche. Ja, ich meine Dinge, die auftauchen plötzlich. Ja. Erzähl mal, was ist das? Ja, das kann ich gar nicht selber genau so ausführen gerade. Aber der Max Snyder hat das gerade in den Chat geworfen. Da geht es um Apple Podcasts, Abonnements und Kanäle seien jetzt weltweit verfügbar. Und dafür gibt es eine Pressemitteilung vom 15. Juni diesen Jahres, also 2021. Und ich kann dazu jetzt gar nicht im Detail was sagen. Also es geht anscheinend darum, dass man jetzt irgendwie Premium Programme bezahlt, abonnieren kann. Und was es mit diesen Kanälen auf sich hat, das weiß ich selber noch nicht genau. Aha. Also quasi... Vielleicht ist jemand anders hier mehr? Nee, ich muss auch passen. Und vielleicht sollten wir das dann beim nächsten Mal mit aufnehmen, dass wir beim nächsten Mal mehr wissen. Ich gucke mal, ob ich mich dazu ein bisschen einlesen kann. Ja, aber es tut sich... Also in diesem Apple Podcast-Universum, was eigentlich bisher ja mehr oder weniger so einfach nur ein großes Verzeichnis gewesen ist, da tut sich jetzt irgendwas. Das teilt sich. Das ist in Premium oder nicht Premium oder irgendwas. Okay? Ja, irgendwas. Irgendwas. Also Max Snyder schreibt gerade noch, diese Kanäle scheinen ein Sammelbecken für alle eigenen Podcasts, die man selbst hat zu sein. Keine Ahnung. Martin Rützler Originals? Das gibt doch sowieso nur Martin Rützler Originals. Hä? Hä? Okay. Es ist ja für wichtig für Menschen, die da irgendwie wahrgenommen werden wollen und da vielleicht auch ihr Geschäftsmodell oder was auch immer drin sehen. Für die ist das vielleicht wichtiger als für unsere elaborierte, was war das noch? Elaborierte Laberei. Hi, genau. Alles klar. So, dann gehen wir aus dem Querbett schon raus und dann kommen wir zum Blü-Kalender. Gerade noch im Randmodus, jetzt im Kalendermodus ist der Lars. In bewährter Qualität wird er uns jetzt über die nächsten anstehenden Termine im Podcastland informieren. Bitte schön. Das macht ja jetzt irgendwas mit meinem Kopf, dass du sagst, gerade noch im Randmodus. Ich fragte mich gerade, ob man das in dieser komischen Pseudo-Dirty-Talk-Geschichte hier jetzt den Terminkalender durchfluchen kann. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht improvisiert bekommen. Oh, das wäre schön. Versuch's doch. Bitte, bitte. Nee, jetzt nicht. Das Fenster ist offen. Die Nachbarn konnten mich hören. So, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Die Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Am 24. Juni geht's los mit dem Podcasting-Meetup Franken. Als Thema gibt es Reichweiten-Hacks und das Thema Podcast-Festival beginnt ist um 19 Uhr. Und wie immer bei Podcasting-Meetup Franken gibt es alles weitere in der Meetup-Gruppe. Am 28. Juni gibt's eine Online-Veranstaltung vom Podcast-Club Switzerland. Da geht's um Erfahrungsaustausch zu digitalen Audio-Workstations, also DAW. Das Ganze läuft via Zoom und startet um 19 Uhr. Dann gibt's eine pandemiebedingte Absage. Laut Rasta hätte am 2. Juli das nächste Podro-Treffen stattfinden sollen. Das ist aber jetzt eben aufgrund der aktuellen Lage nochmal abgesagt. Und mal gucken, wie es da im Herbst weitergeht. Weiter geht's am 10. Juli. Da ist das nächste Funheim. Los geht's um 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein. Das Ganze ist natürlich remote und findet statt auf dem TeamSpeak-Server der PodWG im Channel Funheim. Ab 20 Uhr wechselt man dann zum BigBlueButton. Und da schaut man dann gemeinsam Videos zum Thema Wasser. Ich muss mich mal eben räuspern. Entschuldigung. Zum Thema Wasser? Wasser. Zum Wasser. Wasser, genau. Was hast du jetzt getrunken? Jetzt hast du Wasser getrunken. Nein, das habe ich geräuspert. Achso, du hast kein Wasser getrunken. Ich dachte, das würde zum Räuspern passen. Nein, aber das wäre eine gute Idee. Ja, das hätte so schön gepasst jetzt. Ich trinke ja so ein Schluck Wasser. Ja, komm hier. Wollen wir gemeinsam das Wasser saufen? Ja, Achtung, Moment, Prost. Hörbarer Verzehr. Das Wasser war übrigens meine Idee tatsächlich. Ah, gute Idee. Wie? Was? Was Wasser, deine Idee? Ne, das Wasser beim Funheim, das Thema. Super, dass man sich Videos zum Thema Wasser anguckt, das kann ja alles sein. Ich habe jetzt schon Videos rausgesucht zum Thema Angeln und zum Thema, wie macht man die besten durchsichtigen Eiswürfel und Wassereis und sowas alles. Ah, auch informiertes Wasser? Da gibt es so schöne österreichische Filme von Viktor Schaumhofer. Oh ja, das ist eine gute Idee, informiertes Wasser und Granderwasser und so, ja, ja. Ja, genau. Dann können wir noch ein paar Videos zunehmen, ja. Danke. Da gibt es eine Doku, Entschuldigung, dass ich dem Lars jetzt den Kalender kaputt mache, aber da gibt es eine schöne Doku, da haben die das wirklich mal versucht einigermaßen ernsthaft aufzunehmen und am Ende steht dann eine Blaskapelle vor einem Teich, um diesem Wasser irgendwie Leben einzuhauchen oder so, das ist auch wunderschön. Also das ist alles nicht so richtig augenzwinkern, sagen wir mal, sehr schön. Ja, ich habe noch irgendwie Erinnerungen, dass wir beim Kongress im Sendezentrum tatsächlich irgendjemand mal so einen Schwurbelwasserfilter mitbrachte oder so ein, na ist nicht mal ein Filter, da wird einfach informiertes Wasser angeblich umflossen und das umfließende Wasser ist dann auch informiert und kennt die neuesten Nachrichten und so. Aber da haben wir uns, glaube ich, noch ganz schön viel Spaß gemacht mit dem Ding. Ja, ich habe da Wackelaugen draufgeklebt. Großartig. Moment, ich schicke das Foto mal. Ich habe das noch. Das ist ein adäquater Umgang. Ein paar Termine habe ich noch, also ich könnte noch eben fortsetzen. Ja, jetzt wieder Kontenanz hier, Kontenanz. Ja, also bitte mal ein bisschen Sachlichkeit hier, Mikrofondisziplin. Irgendwann im Hochsommer soll es noch ein Podcamp geben. Für weitere Informationen, da kann man da podcamp.de im Auge behalten. Im Moment habe ich noch nicht mehr dazu gefunden. Vom 13. bis zum 15. August ist wieder das Podstock. Eine Kombination aus Podcast, Festival und Barcamp. Das findet dieses Jahr auch nochmal remote statt. Unter podstock.de kann man sich da auf dem Laufenden halten. Und der Twitter-Account ist auch gut aktiv. Und das wäre es für dieses Mal auch schon. Wie ich gerade schon mal sagte, es kommt alles aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort Dinge selber ergänzen. Und dann tauchen die auch hier mit auf. Ganz wunderbar. Vielen Dank, Lars. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen. In der letzten Ausgabe sind wir ja einfach in das Fallback gesprungen, was ich jetzt hier neulich eingetragen habe. Nämlich in die Nullnummern-Kuration von FÜT. Also wenn wir sonst keine Setzlinge vor Augen haben, dann ist das ja eine gute Quelle. Heute ist es aber anders. Heute haben wir tatsächlich einen empfohlenen oder ausgesuchten Setzling. Und ich vermute jetzt mal, dass der Frank dann auch seinen da unterbringen wird. Aber wir fangen mal an mit dem, was die Vera mitgebracht hat. Du hast ein Setzling zu einem Thema, was nicht ganz so lustig ist. Erklär mal bitte. Ach so, ja, das hatte mir, das wurde mir zugespielt. Ich muss gerade suchen, wo das war. Ja, genau. Ja, der Podcast vom Auschwitz Memorial. Ja, genau. Also es ist ein englischer Podcast über Auschwitz. Ja, also mehr weiß ich jetzt nicht. Also ich will es jetzt nicht auf Englisch vorlesen, weil ich ganz schlecht Englisch spreche. Wenn das jemand von euch machen möchte. Wenn man, also ich kann, ich würde sagen, den letzten Satz oder die letzten beiden Sätze könnte man mal eben vorlesen, weil ich glaube, was Auschwitz war, ist, glaube ich, Allgemeinwissen. Um den Podcast, da komme ich mal eben mit einem sehr deutsch akzentuierten Englisch daher. In the Podcast on Auschwitz, we discuss the details of the history of the camp as well as our contemporary memory of this important and special place. Das ist da, worum es geht. Also es geht um die Geschichte des Konzentrationslagers, als auch um die Erinnerungen an diesen Platz. Und die zeitgenössische ist, glaube ich, die richtige Übersetzung, oder? Ja, contemporary ist zeitgenössisch, würde ich auch sagen. Also was heute quasi davon übrig ist. Ich glaube, das ist nicht mehr so viel. Und was du gerade wie selbstverständlich sagtest, das sollte ja allen ein Begriff sein, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, dass es Menschen, viele Menschen gibt, die da jetzt nicht sofort in, wie soll ich es sagen, wie fühle ich mich, wenn ich Auschwitz höre? Ehrfürchtig, ängstlich, unwohl, weil da Dinge passiert sind, die ich so schlimm und grausam finde, dass ich es gar nicht erklären kann. Ich mache das sofort betroffen. Also wirklich, und ich glaube nicht, dass, also ich würde mir vorstellen, es gibt Leute, die könnten sich das Wort Auschwitz auf ihr T-Shirt drucken und damit stolz durch die Gegend laufen. Es gibt ja genug Instagram-InfluencerInnen, die vor dem Zeichen posen und irgendwie Pizza essen und Werbung machen für irgendwelche Hautpflegeartikel oder so, die da extra hinfahren und ja, nicht wirklich ehrfürchtig sind. Da gab es auch zwischendurch mal dieses, bitte, Martin? Ja, ich meine, insofern ist es natürlich total wichtig, dass da auch wieder drüber oder mehr kommuniziert wird. Ich hatte das auch gesehen und habe aber, weil ich selber, ich habe da Berührungsängste. Ich habe wirklich Berührungsängste. Ich würde da gerne mal hinfahren, aber ich habe tatsächlich Angst vor meiner eigenen Reaktion. Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir so. Dass ich da einfach, ich hatte vor zwei oder vor drei Jahren, hatte ich die Einladung beim studentischen Kurs, hätte ich da hinfahren können. Die hatten sogar gefragt, ob ich das als Podcast begleite. Die wollten mich quasi als Podcaster da einladen und es wäre das Allereinfachste gewesen zu sagen, ja und ich habe drei Nächte drüber geschlafen und habe gesagt, nein, ich stehe das nicht durch. Also da habe ich echt Muffe vor. Das kann ich nachvollziehen, Martin. Also ich habe Dachau gesehen, ich habe Sachsenhausen besucht. Ich war vor kurzem in Ravensbrück. Ich sage mir, ich brauche, um aus der Geschichte zu lernen, brauche ich das Graue nicht in dem Detailreichtum, wie es mir Auschwitz präsentieren würde. Ich brauche Auschwitz nicht, um das zu empfinden, was du sagtest. Dieses, ja, also dieses, ja, wir waren es und darf nicht mehr passieren und sowas. Ich brauche auch dieses i-Tüpfelchen Auschwitz brauche ich nicht dazu. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich das brauche oder nicht. Ich merke, dass ich in gewissen Situationen von Gefühlen überschwemmt werde. Ja, das kommt dazu, dass ich es wahrscheinlich nicht verkraften würde. Genau, und ich kann meine Erschütterung vermutlich überhaupt nicht kontrollieren irgendwie und ich wäre überhaupt nicht in der Lage, da dann einen Podcast zu machen. Oder ich würde total in so eine Versachlichung fallen und sagen, ja, wir müssen jetzt hier ordentlich reden und so. Aber dann wird man dem Ort und der Geschichte, die da dran hängt, natürlich überhaupt nicht gerecht. Also, ich habe die Finger davon gelassen. Ich glaube, ich hätte da, glaube ich, das können andere Leute besser. Ich war auch mal in Ravensbrück, das ist schon viele Jahre her und ich weiß, dass ich da schon vom Donner gerührt war. Ja, das ist... Also, poah, meine Güte. Ja, also... Ach, der Buchenwald war ich auch schon. Buchenwald hat mich ganz besonders mitgenommen von denen, die ich nannte. Weil da sehr viel übrig ist und Dachau sind nur noch wenige Baracken übrig und Öfen und in Buchenwald ist noch verdammt viel übrig. Und ja, Martin, das ist halt so. Das kannst du fast nicht ertragen, da durchzugehen. Also, ich finde es großartig. Vera, vielen, vielen Dank, dass du das hier quasi als Sessling herausgesucht hast und darüber reden konntest und möchtest. Und das bekannt machst, finde ich total toll. Ja, das ist schön. Es gibt auch einen schönen Twitter-Account. Also, was heißt schöner Twitter-Account? Es gibt eben einen Twitter-Account aus der... Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Also, aus dem Zentrum, Auschwitz-Zentrum. Da werden tatsächlich regelmäßig Fotos gezeigt aus den alten Karteien von Menschen. Und wenn man die Menschen sieht, da ist nichts Böses drin. Das sind einfach nur normale Menschen wie du und ich. Und die hat man einfach da zu Tode gebracht. Für eine absurde Idee. Für nichts anderes. Das ertrage ich noch in meiner Timeline, um einfach auch immer wieder erinnert zu werden. Aber das vor Ort, ich weiß nicht, wie... Naja, dreimal das Salbe sagen wird auch nicht besser dadurch. Gut. Ja, super. Machen wir hier ein Häkchen dran und dann gucken wir mal auf das, was der Frank mitgebracht hat. Was hast du denn für den Setzling? Ich habe auch was mit Geschichte zu tun. Der Norddeutsche Rundfunk hat eine Podcast-Serie aufgelegt unter dem Titel Deine Geschichte, unsere Geschichte. Die 50er Jahre im Podcast. Da unterhalten sich zwei... Eine Frau unterhält sich mit Zeitzeugen. Und Historiker kommen auch zu Wort. Das geht los Ende 1945. Also mit dem Kriegsende. Wie dann die Bundesrepublik und parallel die DDR auf die Beine kommen. Das ist mit den Zeitzeugen sehr schön gemacht. Ich finde sowieso, wir müssen uns beeilen, weil uns die Zeitzeugen so langsam abhanden kommen. Aufgrund ihres biologischen Alters. Das ist eine sehr schöne Podcast-Serie, die insgesamt zwölf Folgen haben. Die sind immer so um die 30 Minuten lang. Letzte war zum Beispiel, wir bauen einen sozialistischen Staat. Da ging es um LPGs. In der DDR dann auch die aufkeimende Staatssicherheit. Und man kann diesen Podcast da gut abonnieren. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ich nehme an, dass die bei den 50er Jahren nicht Schluss machen werden. Das wird mit den 60er Jahren im Podcast wahrscheinlich auch weitergehen. Und ich denke mal, für Leute, die ein bisschen jünger sind als ich, kann das sehr interessant sein. Gerade auch Zeitzeugen im O-Ton zu hören. Das finde ich ganz wichtig. Das wäre ein Hinweis von mir. Ich kann den Link ja mal in den Chat werfen. Dann kann ihn jemand aufgreifen. Super, danke. NDR war das, ne? Das ist der Norddeutsche Rundfunk. Ja, ich bin so alt, dass ich noch öffentlich-rechtlichen Hörfunk höre. Das kommt doch wieder. Und der zweite, da weiß ich gar nicht, ob ich den nennen soll. Der heißt Cui Bono und hat den Titel What the Fuck Happened to Ken Jepsen? Ken Jepsen war mal Moderator bei Fritz beim RBB. Ist dann wegen antisemitischer Äußerung, hat man sich von ihm getrennt. Und jetzt kennt man ja Ken FM als den Verschwörungskanal, der er auf YouTube war. Die haben ihn ja mittlerweile gesperrt. Er ist großer Verschwörungstheoretiker. Und diese Podcast-Serie, ich glaube, sie hat sechs Teile. Insgesamt zwei sind bisher da draußen. Die widmet sich so ein bisschen dem Weg und dem Umfeld von Ken Jepsen. Ohne ihm groß ein Forum zu bieten. Also das ist da überhaupt nicht der Fall. Er hat auch auf jede Interviewanfrage nicht reagiert. Das Ding ist koproduziert von einem, von Bumsen. Das ist so ein Studio, was Podcasts produziert für andere. Der Norddeutsche ist dabei, der Norddeutsche Rundfunk. Und bis auf eine Folge auch der RBB, die erste eine Folge, die der RBB nicht koproduziert hat, das ist die, wo es um das Verhältnis Ken Jepsen zum RBB und seinen Rauswurf ging. Da fühlten die sich sozusagen... Befangen. Befangen. Kann ich auch in den Chat werfen, wer sich da so ein bisschen... Also ich finde es ganz interessant zu sehen, wie, ich sage mal, wie ein Mensch abrutschen kann. Ich habe die ersten beiden Folgen, die jetzt raus sind. Ah, ja, Lars hat es auch noch in der Audiothek gefunden. Ja, Audiothek akzeptiere ich ja auch noch. Aber alles andere, was so... Können Sie unseren Podcast auf Spotify, Deezer... Nur mit RSS-Feed. Studio Bummens ist das übrigens. Bummens heißen die nicht. Bummens heißen. Genau, Bummens hat nämlich, die machen auch Toast Hawaii zum Beispiel. Ja, die machen einige Podcastproduktionen. Und dann habe ich gerade heute noch einen Hinweis. Das ist kein Podcast... Ja, das ist eine einmalige Sendung. Die finde ich aber gerade für uns hier, die wir zusammensitzen, ganz interessant. Der Deutschlandfunk hat eine Sendung produziert. Da geht es Stimme und Identität. Unser akustischer Fingerabdruck. Habe ich noch nicht selber gehört. Aber alleine der Titel, kurz bevor man sich in den Sendegarten begibt, um Podcasts zu machen, fand ich das ganz passend. Ja, hier wird es natürlich leuchtet. Ohne Röntgenstrahlen, aber mit Akustik. Ja, akustischer Fingerabdruck, fand ich ganz interessant. Da geht es so... Ich werde dich auf jeden Fall als eine der nächsten Sendungen mir reinziehen. macht mich neugierig. Das ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall. Ja, ja. Und wir verraten natürlich auch jede Menge. Also aus unserem Akustikram kannst du wahrscheinlich ableiten, ob ich heute gut drauf bin oder schlecht drauf bin oder so. Oder wie viele Stunden ich letzte Woche geschlafen habe. Letzte Nacht geschlafen habe. Also man wundert sich ja manchmal, dass diese Geräte so ausspucken. Ja, das war es, was ich mitgebracht habe. Danke. Super spannende Sachen. Vielen Dank. Ja, dann lassen wir die Nullnummern-Kuration mal weg. Das brauchen wir ja da nicht. Das ist ja nur unser Fallback. Und wir kommen dann jetzt zu den Blütenschätzen. Was immer sehr schön ist, ist, wenn Hörende uns einen Blütenschatz reinwerfen oder zukommen lassen. Ich hätte ihn beinahe nicht gesehen, weil er über Mastodon gekommen ist. Aber der Arne hat auch, hat einen Blütenschatz reingeworfen und er schrieb, ich habe gerade Rethinking Safety durchgesuchtet. Mein Gott. Ich habe gerade Rethinking Safety durchgesuchtet. Und ich liebe das Konzept, Sicherheit als Nebenprodukt zu erreichen. Und es lässt mich Einzelfälle neu bewerten. Martin Rützler schreibt da, das ist doch definitiv ein Blütenschatz. Das ist bradyhaywood.com.au slash podcasts. Ich habe mal den Klappentext, der auch in Englisch war, von einer Maschine übersetzen lassen und lese mal vor, was da steht. Sicherheit überdenken. Eine Show, in der die Bergbauindustrie von Queensland den Weg in eine sichere Zukunft aufzeigt. Gastgeber, der forensische Ingenieur Sean Brady, Autor des Brady Review über tödliche Unfälle in der Bergbauindustrie von Queensland. Ja, offenbar kann man da richtig dran süchtig werden, wie der Arnim das beschrieben hat. Das ist sein Blütenschatz und den nehmen wir natürlich gerne auf. So, dann frage ich mal in die Runde. Habt ihr auch Blütenschätze mitgebracht? Vera, hast du zufällig was? Natürlich kannst du immer Nein sagen, ne? Mut ist ja gut. Ja, ne, ich hab heute tatsächlich mal nix. Also es gab keinen Raketenstart in der Zeit. Ne, ne, tatsächlich dieses Mal nicht. Vielleicht, dass ich heute im Freibad war, nach gefühlt 300 Jahren. Kommt doch heute um 17.30 Uhr wieder ein. Mit Booster-Landung und die ist sogar ohne Unterbrechung durchgängig gefilmt worden. Okay, dann hab ich den tatsächlich verpasst, weil ich da noch im Freibad war. Ja, viel besser. Was übrigens viel, viel, viel zu voll war. Aber das ist eine andere Geschichte. Hast du, bist du mit Mund-Nase-Schutz geschwommen? Gibt es die auch in wasserdicht? Leider nicht, ne. Sonst hätte ich es gemacht, tatsächlich, ja. Naja, es gibt ja wasserdichte Windeln. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich will es auch nicht ganz genau wissen. Ich hab's heute gelernt, was der Unterschied zwischen Schwimmwindeln und normalen Windeln ist. Okay, dann will ich es doch wissen. Es ist nämlich gar nicht, dass die wasserdicht sind und der Urin nicht rausfließt. Es ist, dass die weniger saugfähig sind und das Schwimmbadwasser sich nicht in der Windel einsaugt und die Windel aufplustert. Das ist der Grund. Also, es ist nicht der Ausfluss, sondern es ist nicht der Ausfluss, der, äh Quatsch, der Einfluss wird gestoppt quasi. Also, ne, dass da Wasser aus dem Schwimmbad sich eben in der Windel einsaugt. Ach so. Da ist nicht so viel Granulat drin. Die ist auch viel, viel dünner. Habe ich heute erst gelernt, tatsächlich. Ach, das heißt aber so, als Mitschwimmer ist man eigentlich weniger geschützt. Genau, also das ist da irgendwie jetzt, die irgendwie besonders saugfähig oder, oder, ähm, wasserdicht ist, das ist sie nicht. Sondern einfach nur kein Granulat drin, was sich dann vollsaugen kann, ja. Also eine Windel ohne, ohne, ja, ohne Windelfunktion. Ja, das sind willkommen im Sendegarten, wo sie Dinge lernen, die sie eigentlich gar nicht wissen wollen, ne. Ja, wollte ich auch sagen, geht, geht unheimlich appetitlich zu Ende hier, die Sendung. Ja, super. Oh Mann, das ist echt fast ein Stimmungskiller, ja. Nie wieder Flanschwecken, super. Hast du auch einen Blütenschatz? Nicht, oder auch nicht Blütenschatz? Doch, ich habe einen Blütenschatz, äh, das klingt jetzt viel zu formal und ich habe keine Sorge, ähm, ich habe die Folge noch nicht komplett zu Ende gehört. Das ist der kleine Vorbehalt, den ich habe, aber bislang das, was ich davon gehört habe, das, äh, kann ich schon mal als Blütenschatz, äh, aufnehmen. Ähm, und zwar ist das von den Wild Mics, das Special Nummer 56 zum Thema Meinungsfreiheit. Ähm, Wild Mics, das ist ja eine recht bunte Truppe um, äh, Tommy Krapweiß und da sind zum Beispiel, äh, die Hoaxillers, also Alexander und Alexa Waschkau mit dabei und, äh, Lydia Benecke ist immer wieder mal mit dabei und Holm Hümmler und Sophia Krapweiß auch. Und das, das ist immer wieder recht bunt durchmischt und, äh, bei dieser konkreten Folge, also ich höre mir die immer an, die sind mir teilweise so, die sind ein bisschen flapsig manchmal, ähm, aber ich höre sie mir an, weil sie eben auch unterhaltsam sind. Bei der Meinungsfreiheit, äh, ist die, äh, der Punkt, wo Meinungsfreiheit vielleicht sich auch mal etwas blöd anfühlt, weil jemand vielleicht eine Meinung sagt, die meiner Meinung nach nicht entspricht und die mir sogar ziemlich stinkt vielleicht. Ähm, aber der Mensch hat eben die Freiheit, das zu sagen, auch wenn es mir stinkt. Ähm, aber dieses, äh, dieses Gefühl und wie man damit umgeht und welche Konsequenzen es eben auch haben kann, wenn jemand eine sehr unpopuläre Meinung sagt, äh, es wird also dort zum Beispiel um diese Aktion Alles Dichtmachten gesprochen. Ah, ah. Podcast Episoden, ähm, und da war jetzt so ein bisschen, ein kleines bisschen Stau drin und die kommen im Moment sehr schnell in kurzem Zyklus hintereinander. Also das Gespräch war Anfang Mai und ist jetzt am 9. Juni, ähm, als Podcast Episode erschienen. Damals war das eben sehr aktuell. So, es ist aber immer noch aktuell. Also ich hab das wirklich mit, mit sehr großem Interesse, ähm, und der ständigen Frage, ja, was denkst du denn selber da drüber und teilweise, dass ich auch wirklich nicht zu einem Ergebnis komme. Ähm, ähm, dass, äh, äh, wenn, wenn etwas dazu führt, dass ich so nachdenke und teilweise eben auch merke, es fällt mir schwer, mich zu entscheiden und an der Stelle zu sagen, so, ich seh das jetzt aber so. Und, ähm, das finde ich immer sehr, sehr angenehm, sehr cool, wenn, wenn, wenn ich auf so etwas stoße und deswegen ist allein schon der Teil, den ich bislang gehört hab, davon mein Blütenschatz. Lange Rede, kurzer Sinn. So. Ja, aber, äh, kann ich total nachvollziehen. Also auch, äh, eben das Thema, äh, wie, wie, wie reagiere ich denn, wenn, wenn, wenn da jemand was sagt, was, was mir quer runter geht, ähm, setze ich mich damit auseinander, gehe ich einfach weg oder so? Also, ja, schwierig. Bin ich, äh, sehr nachvollziehbar. Das taucht ja, das taucht ja jetzt auch, äh, Martin, das taucht ja auch jetzt auch im Zusammenhang damit auf, was machst du denn, wenn du, früher hattest du den Nazi-Opa auf der Geburtstagsfeier, jetzt hast du unter Umständen den Querdenker und Impfgegner, ne? Ja, wie gehst du mit denen um? Ja. Ja. Da gibt's übrigens einen Podcast, ja, fällt mir gerade ein, das gibt einen Podcast, äh, von, da krieg ich aber jetzt den Link nicht schnell zusammen, äh, was hilft gegen Verschwörungserzählungen von Katharina Nockum? Und, äh, die hat sich da mal drum gekümmert, wie ist, wie gehe ich mit dem Impfgegner in der Familie um? Ja, da... Habe ich noch nicht gehört, habe ich immer noch in der Liste hier, bin noch nicht zugekommen, weil ich dazu neige, immer neue, äh, wichtiger zu finden. Ja, genau. Ich habe auch irgendwie, jetzt hat ja, äh, ich mache hier das mit Pocketcast und die haben irgendwann mal den Zähler, äh, der, der, der Sachen, die man hören will, von, äh, von zweistellig auf dreistellig erhöht. Und seitdem stehen da nicht mehr 99, sondern jetzt inzwischen, was weiß ich, irgendwas mit 100 und sonst was. Also, ich könnte, ähm, ein paar Tage Podcast hören am Stück, wäre immer noch nicht durch. Ja, das ist das Problem. Also, das ist, das Schöne und das Schöne Begleitseite. Die rutschen immer nach vorne, ne, das ist ganz klar. Wenn die kommen, die werden sofort angehört. Coronavirus-Update vom NDR ist auch immer, äh, wohlgelitten. Ja, und das sind so Sachen, weißt du, das sind nicht tagesaktuelle Sachen und, äh, da kann man später mal hören. Der war doch von dem Banse, der hatte doch auch noch was. Nee. Nee, kriege ich jetzt nicht mehr. Banse macht jetzt Werbung für Matratzen. Das ist das Allercoolste. Ja. Ah, ich habe gedacht, aber nicht die, ne? Ich meine, ich könnte ja verstehen, wenn der Tobi Bayer im Einschlafen-Podcast Werbung für Matratzen macht, aber, ja, also, ja, ja, also, Lage der, Lage der Nation ist auch, da habe ich auch ein ambivalentes Verhältnis mittlerweile zu. Ich musste sofort denken, das ist wie, wenn Gottschalk jetzt irgendein Möbelhaus eröffnet. Ja, ja. Da bist du echt runtergekommen. Nein, 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 also, Lage der Nation ist immer noch großartig, aber bei Matratzen, da musste ich wirklich grinsen, also. Naja, die haben sich halt, die haben halt, die haben einen Zulieferer, ne, diese A, S und S, hatten wir ja damals auch, hatte der Schaß noch damals, als wir über Money, Money, Money sprachen. Ja, genau. Das ist so eine Agentur, der sagst du halt, was für dich in Frage kommt und was auf keinen Fall und dann liefern die dir das Zeug zu und, ja, okay. Ja. Du hast aber recht, es ist immer noch hörenswert und so störend ist die Werbung dann da auch nicht. Sie sollten ein Kapitel draus machen, dann kann man es skippen, aber das machen sie bewusst nicht. Naja. Kapitelmarke. Naja, klar. Wenn es skippt, gibt es kein Geld, dann funktioniert das Modell ja nicht, aber okay. Ich könnte mich ja freikaufen, aber ich kann mich jetzt auch nicht bei jedem Produkt freikaufen, das geht irgendwie auch ins Geld, das geht nicht, also höre ich da die Werbung und amüsier mich. Ja, ja, ich meine Bettenwerbung, ja gut. Der seriöse Herr Banse irgendwie Versicherungsdienstleistungen oder Matratzen verkauft. Ja, ja. Wollen wir mal gespannt, wann er beim Gurkenhobel angekommen ist. Der ist gut, ja. Sehr schön. Okay, dann haben wir die Frage noch an Sebastian. Hast du auch einen blöden Schatz? Äh, nee, ich muss heute da passen. Magst du den vom Hörer Max Snyder vorlesen? Ja, das kann ich machen. Einen Moment. Da haben wir ihn. Genau, es geht um die Folge bei Malek FM, Folge 23, Psychologisches Hacken mit Linus Neumann. Ja, in der Tat. Genau, die habe ich bei mir noch im Podcatcher, die wollte ich noch hören, deswegen kann ich da jetzt zum Inhalt wenig sagen, aber beide Personen kenne ich, also zumindest Malek. Also ich kann dazu sagen, das ist eine Folge, wo Linus Neumann erstaunlich viel aus seinem Privatleben preisgibt. Och, wir haben es nicht geschafft, aber Malek, der schafft es, super. Ja, also ich finde, Linus ist an der in dieser Sendung erstaunlich offen und die Schilderung seines USA-Aufenthalts ist einfach köstlich. Also da kann er ja seinen Humor vollkommen freien Lauf lassen, ja, seinen Wortwitz. Ah ja, nee, unbedingt, Sebastian, unbedingt anhören. Ganz dringender Hörtipp. Ja, fast ein Befehl. Nee, ist wirklich super zu hören. Beide. Ich meine, Malek ist auch sehr toll als Frager und ja, klasse. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das macht mich sehr neugierig, ja, das kommt auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Auf jeden Fall, macht Spaß. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, haben wir jetzt alle was gesagt oder habe ich jemanden vergessen? Ich habe die Übersicht verloren, weil ich habe nämlich sogar einen Einspieler mitgebracht. Mein Blütenschatz, der ist mir irgendwie die Tage, ich weiß gar nicht warum, ich habe aus, ich habe ewig schon nicht mehr Astrogeo-Podcast gehört, ich meine, so wahnsinnig viele Folgen gibt es davon auch nicht, aber der kam mir irgendwie so unter, das ist auch einer, den habe ich im Abo, den höre ich aber auch nicht so ganz regelmäßig, aber da ging es um Sonnensegel, also um eine Möglichkeit, sich im Weltraum zu bewegen, ohne Treibstoff zu verbrauchen, indem man einfach große, ja, Flächen, Segel sozusagen aufspannt und sich vom, jetzt muss ich es richtig sagen, vom Sonnenlicht treiben lässt. Das ist zwar eine sehr langsame Bewegung, aber man kommt ziemlich weit damit, kostet ja auch kein Sprit. Es sind keine Solarpanele, die Strom erzeugen, manchmal sagt man ja auch zu den Dingern Sonnensegel, sondern es sind wirklich die, also kann man sich am besten so ein bisschen vorstellen, wie diese Rettungsdecken, die man da so hat im Erste-Hilfe-Kasten, diese Goldfolien-Decken, das ist glaube ich dasselbe Material, hat er da glaube ich erwähnt, aber das ist noch zu dick, da muss man, um wirklich nennenswert vorwärts zu kommen, braucht man noch dünneres Material, was man noch weiter ausklappen kann und da hat er irgendwie so eine 20-minütige Übersicht, die Übersichtssendung gemacht. Fand ich total schön und im Hintergrund war immer so ein bisschen Musik zu hören und ich habe das überhaupt gar nicht so richtig begriffen, auch am Anfang Möwengeschrei und so, Weltraum-Podcast und dann kam dann erst so ganz nach und nach dahinter, dass es ja um Gesegeln geht und da hat er quasi das maritime Bild sozusagen benutzt und dann war diese Musik, war ein Akkordeon, was da diesen Shenty gespielt hat, der da vor einiger Zeit durch die, durch alle möglichen Sozialkanäle gegangen ist und am Schluss sagte er dann, das ist der Karl Urban, sagte er dann, dass er das Akkordeon selbst gespielt hat und da war ich aber richtig geplättet. Ich habe, bin ja auch, also ich habe mal gelernt, dieses Gerät zu benutzen und habe gedacht, wow, super und das habe ich sogar mitgebracht hier zum Reinhören, das ist die Folge Astrogeo 39 Sonnensegel, aber ich habe einfach mal den Schluss mitgebracht, wo er da spielt, vielleicht können wir uns den mal eben anhören. Das war sie, die 39. Ausgabe von Astrogeo. Autor und Akkordeonmusikant dieser Sendung war ich, Karl Urban. Das Konzept zu dieser Sendung hat Felicitas Muckler gegengelesen. Mehr zu aktuellen astronomischen Forschungen findet ihr auch auf unserer Webseite weltraumreporter.de. Ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram, iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und freuen uns sehr über eure positive Bewertung oder einen Kommentar. Wenn ihr die Arbeit der Weltraumreporter unterstützen wollt, freuen wir uns darüber, wenn ihr ein Abo bei uns abschließt, das übrigens monatlich kündbar ist. Ihr helft uns Weltraumreportern damit, in unserem kosmischen Vorgarten und weit darüber hinaus zu recherchieren für euch. Denn Weltraum braucht Journalismus. Danke und bis bald. Ja, damit geht das so zu Ende. Ich finde das einfach total schön. Ich hasse ja Musikbetten im Podcast, aber das mag ich tatsächlich gerne. Das ist schön. Gut, das war jetzt ziemlich viel Werbung, aber ich habe gedacht, schenken wir ihm das doch auch mal. Denn Weltraum braucht Journalismus. Ich glaube, das ist auch was, was Vera unterschreiben kann, oder? Ja, ja, ja. Aber sicher. Aber sicher. Sehr gut. Und es ist der Vorgarten. Er hat das Wort Garten gebraucht. Also bitte. Eben. Das ist mir auch aufgefallen. Das hat Martin getriggert. Witzigerweise hat mich das Akkord getriggert. Also vor allen Dingen, dass er dann auch diesen Shanty da irgendwie erlernt hat und dann gespielt hat. Also alles zusammen hat mich gerade, hat mich dann die Tage irgendwie dann doch so bewegt, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mal ein Blütenschatz. Etwas, etwas anders. Aber wir wollen ja einen anderen Weltraum-Podcast nicht unterschlagen, nämlich Auf Distanz. Der Lars hat wieder angefangen zu produzieren. Das ist schön. Die ganzen Umzugswirren scheinen jetzt hinter dir zu liegen. Dein Studio steht wieder. Und dann geht es auch weiter. Ja, es gibt immer noch genug zu tun, aber ich habe tatsächlich einen Interview-Termin. Super, super, super. Da können wir uns alle drauf freuen. Gut, wir haben es durch. Wir sind am Ende. Also nicht so körperlich am Ende, wie ich gedacht habe, aber zeiglich am Ende. Wollte ich gerade sagen. Du hast ja gut durchgehalten, Martin. Ja, du bist ein Elixier für mich. Für den Tomschuh. Danke, danke, danke. Oder das Wasser, was ich hier... Gut, und du sagst in anderthalb Jahren, was wäre das für ein Datum? Kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen, aber melde dich ruhig einfach. Also klopf einfach wieder an. Nee, ich werde mich dadurch revanchieren, dass du mal wieder bei uns vorbeikommst. Oder so rum. Können wir auch machen. Im Gespräch bleiben. Ja, genau. Wo wir gerade fragen, wer hat mich energetisiert? Vielleicht auch dieses Wasser, was hier steht. Wer weiß. Wer weiß. Ja, hast du dein Mikrofonkabel um die Flasche gewickelt. Ich wollte gerade sagen, was ich nicht habe, ist irgendeine Schleuder. Also so ein, so ein, so ein, das ist irgendwie... Naja, egal. Je heißer es wird, desto leckerer schmeckt mir Wasser. Das ist wirklich witzig. Aber das wollt ihr alles gar nicht wissen. Das sind so private Geschichten. Das lassen wir jetzt hier weg. Was wir aber nicht weglassen, ist der Dank. Der Dank an alle, die diese Sendung, diese Ausgabe hier möglich gemacht haben. Und da möchte ich auch vor allen Dingen an die Leute danken, die uns jetzt hier live zugehört haben und das eine oder andere an Themen und Tipps und Hinweisen und Korrekturen zugeworfen haben. Also ganz herzlichen Dank an die Live-Hörenden und ganz besonders Dank an die, die hier im Chat dabei gewesen sind. Vielen Dank dafür. Ja, und man muss sagen, die haben den Chat ja schnell gefunden, ne? Ja, das ist erstaunlich. Den falschen Kanal haben sie sofort gefunden. Oh Mann, wie können wir uns... Es ist wunderbar. Es ist so schön, dass wir uns so dumm anstellen können. Wunderbar. Mal gucken, was wir daraus machen. Ob das jetzt der falsche Kanal, der richtige bleibt oder ob wir dann doch nochmal umsteigen. Vielleicht schlafen wir einfach mal eine Nacht darüber. Ist das wahrscheinlich nicht unmöglich. Und Claudia wird schon gute Gründe haben, warum sie uns den anderen empfohlen hat und nicht diesen hier. Denn um einen Buchstaben wann das ist. Ein einziger Buchstabe. Okay, wollen wir das auch nicht vertiefen, sondern nochmal den Menschen danken, die hier an der Entstehung beteiligt gewesen sind. Und da danke ich vor allen Dingen erstmal unserem lieben Gast, dem Frank. Vielen Dank dafür, dass du da gewesen bist. Das hat und euch den Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ich bei euch sein durfte. Ja, gerne, gerne, gerne. Und natürlich ist der Sendegarten nichts ohne seine Crew. Und dazu zählt vor allen Dingen auch mal die Vera. Dankeschön, Vera. Ja, danke dir auch. Danke sehr. Das habe ich gerne gemacht. Und ich danke dem Lars, dem schnellsten Not... Not... Show Notes zusammen. Ja, genau. Show Notes. Not Show. Das weiß ich weit von mir, aber es war mir ein Fest. Okay. Dann eben so. Und natürlich auch den großen Dank an den Sebastian, der hier natürlich, wie gesagt, die Struktur geschaffen hat. Wir benutzen das Studio Link. Wir dürfen auf seiner Instanz sozusagen das Ganze hier machen. Und das ist ganz groß. Und dafür vielen Dank. Und auch für deine Beiträge. Vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Ja, ja. Und damit sagen wir einfach dickes Dankeschön an die Menschen, die das so benutzen. An euch, dass ihr den Sendegarten die Treue haltet. Und damit gehen wir in die Nacht und sagen Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.